So, und damit herzlich willkommen zu einem Livestream-Abend mit einem sehr, sehr alten Bekannten, und zwar genauer genommen schon ca. 5 Jahre alten Bekannten, mindestens, und zwar Northgard. Das letzte Mal, als ich Northgard gespielt habe, war ja wirklich 2018, als ich den Feldzug beendet habe. Und ja, es ist halt echt wirklich schon 5 Jahre her. Und das erste Mal, also wenn man noch weiter zurückblickt, ich habe glaube ich 2017 schon angefangen, Northgard zu spielen, als es noch in der Beta war. Und heute gucken wir uns mal an, was sich in dem Spiel so alles getan hat seit dem Release damals. Also, ja, seit dem Feldzug-Release. Ich habe gehört, es soll sich sehr, sehr viel getan haben, und stellenweise sollte ich das Spiel gar nicht erst wiedererkennen. Ja, was spielen wir heute? Ähm, ich weiß, es gibt mittlerweile einen neuen Feldzug. Hier im Geschichtenmodus, hier Riksagas, glaube ich, das, was ich damals durchgespielt habe, genau. Wie ich die erste Mission, glaube ich, noch auf hoch gespielt habe, und dann, glaube ich, runtergegangen bin vom Schwierigkeitsgrad, ich erinnere mich. Ähm, es gibt jetzt auch diese, ähm, Kreuz von Wider, und es gibt, glaube ich, auch so, ähm, Clan-basierte Kampagnen, soweit ich weiß. Oh Gott, da kann man echt viel einstellen mittlerweile. Und was die Clans angeht, ich sehe gerade, ich habe alle freigeschalten, weil ich habe mir ein großes Paket geholt mit allen möglichen Clans, damit wir uns mal Sachen angucken können. Und ich glaube, ich habe jetzt alle bis auf den Löwe-Clan. Und diesen neuen Feldzug habe ich noch nicht. Aber ansonsten haben wir eine große Palette, um uns Sachen anzugucken. Ähm, und was spielen wir heute? Ja, ich würde sagen, neuen Feldzug habe ich eh noch nicht freigeschaltet. Ich würde mir einfach gerne ein paar Skirmisches mit verschiedenen Clans angucken. Einfach, um mal zu gucken... Aha, es gibt sogar Ligen hier jetzt im Spiel. Für Multiplayer. Ja, ich würde auf jeden Fall gerne einfach ein paar Skirmisches spielen, damit wir ins Spiel reingucken und uns mal angucken, wie sich die Clan zu spielen, wie sich das Gameplay verändert hat. Einfach allgemein den Überblick zu verschaffen. Und sagt übrigens, wenn das Spiel zu laut oder zu leise ist, ich habe es eben noch mal kurz austariert und ich denke mal, es sollte soweit passen, wie es aktuell ist. Aber es sollte noch irgendwas zu verbessern sein, gebt einfach Bescheid. Okay, dann würde ich mal sagen, spielen wir doch einfach mal rein in Norfgaard und beginnen, ja, mit einfach ein bisschen Einzelspiele. Man kann auch Benutzer definiert machen. Gut, ja, mit Mods wahrscheinlich. Ja gut, wir machen ein ganz normales Einzelspielerspiel, bitte. Neues Game. Nennen uns natürlich Udwin. Und nehmen dann natürlich einen Clan. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir als bekannt anfangen? Weil die Clans, an die ich mich erinnern kann. Ja, Hirsch kenne ich noch, Ziege kenne ich noch, Wolf kenne ich, Rabe kenne ich noch, Bär kenne ich noch. Ich glaube, Ebon Schlange kam relativ neu raus, als ich damals noch gespielt habe. Ich weiß bloß nicht, ob ich sie gespielt habe oder nicht. Und Drache kenne ich, glaube ich, auch noch. Pferd bin ich mir unsicher und die danach kenne ich auf jeden Fall nicht mehr. Krake, Ochse, Luchs, Eichhörnchen-Clan, Ratte-Clan und Adler-Clan und Löwe-Clan. Die kenne ich alle nicht. Also ich glaube, bis höchstens Eber kenne ich es, glaube ich, noch irgendwie so. Es kann auch sein, dass ich Schlange eventuell kenne. Kann sein, also bis Schlange, Drache, also ich würde mal sagen, bis Drache allerhöchstens. Also danach sind wahrscheinlich dann die ganzen neuen Clans gekommen. Und ich würde mal sagen, als allererste Partie, die wir heute spielen, würde ich gerne einen altbekannten Clan nehmen. Einfach, dass wir ein bisschen was haben zum Einspielen, ein bisschen was Fundiertes, womit ich mich noch auskenne. Und dann können wir auf einen neuen Clan wechseln. In der Zwischenzeit könnt ihr mal überlegen, was für einen Clan wir danach spielen wollen. Die alten Clans haben auch viel Überarbeitung bekommen. Ja gut, dann haben wir noch einen Grund mehr, den alten zu spielen. Aber ja, weil ich schon sage, Clan Ratte, also du wissen wir schon Bescheid. Rattenclan müssen wir auf jeden Fall spielen, yes, yes. Schauen wir mal durch, gehen wir mal ganz kurz so ganz grob die Clans durch. Ah, hier haben wir sogar Lernschwierigkeiten und sowas, Entwicklung, Militär, Unterstützung. Die haben jetzt sogar Ratings. Oh Gott, Ratte 3er, Schwierigkeit. Warum ist die Ratte schwer, was soll das? Krakenclan, Alter. Der Eichhörnchenclan. Ja gut, gucken wir erstmal, was macht der Hirschclan? Wir beginnen mit extra Ressourcen, das ist super. Skaldenhalle ersetzt die Brauerei, die Skaldenhalle erinnere ich mich noch. Hoheitsgebiet, mehr Ruhmzufriedenheit. Okay. Oh Gott, Clanspezifische Einheiten, alles klar. Ziemliche Allrounder also. Ziegeclan, die erinnere ich mich auch noch. Mehr Schafe und Schafsställe und mehr Produktion durch Festmäler. Waren die, war der Ziegeclan nicht auch noch winterresistenter? Da war doch auch was. Noch Boni für Schafe. Ziegeclan ist, glaube ich, der allererste Clan, den ich gespielt habe damals in der Beta. Der Wolfclan. Der Wolfclan ist schon schwerer. Wölfe und Brombein zu töten liefert Fleisch. Uh, mit der Tausche Einheiten wird es ja weniger Nahrung. Mhm, 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 mhm. Ratte über der Wolf, Stronghold lässt grüßen. Hm. Ja, genau, an die beiden Raben erinnere ich mich auch noch. Grund ausgeben, um Gebiete zu besiedeln. Hm. Wollen wir einfach mal mit dem Hirschclan starten? Ganz ehrlich, der Hirschclan ist komplett Vanilla. In der Hinsicht, also so sehr, sehr, sehr easy mit Startressourcen und allem. Und ich glaube, das ist ganz gut zum Einspielen. Danach können wir immer noch was machen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch normalen Schwierigkeitsgrad. Es gibt keinen Grund, irgendwas zu überstürzen. Und wir machen nur eine mittlere Kartengröße. Das ist ein schnelles Spiel zum Einspielen wird. Wäre ein Plan. Danach können wir immer noch sehen, ob wir exotisch werden wollen irgendwie. Klingt nach einem Plan, klingt nach einem Plan. In der Zwischenzeit könnt ihr ja schon mal ein paar Vorschläge geben, was ihr danach sehen wollt. Wir können auch mal ganz kurz ein bisschen durchgehen. Hier haben wir noch was mit Söldnern und den Krönz, mit den Raben. Beim Bärclan, Produktionsverlust von Nahrung ist verringert. Wir können mal kurz die Clans durchgehen und ihre Boni. Kajia, der Panzerbär, kann im Ausbildungslager. Und dann stimmt, an den erinnere ich mich sogar von der Kampagne noch, wenn ich mich recht erinnere. An den Feldzug. Der Eberclan. Die heilkundigen Hütte ersetzt die Heilerhütte. Neutrale Gebiete mit Wildtieren besiedeln. Schlangeclan. Ich glaube, der Schlangeclan war relativ neu, als ich damals gespielt habe. Ich weiß, das habe ich noch nicht oft genug erwähnt. Auch Dreierschwierigkeit. Zugriff auf Ruhm. Kein Zugriff auf Ruhm, aber das Fachwissen jedes Clans kopieren, dem ihr begegnet. Ach du liebe Zeit. Äh. Weiter, stärker, eignet Kräfte. Wollen wir Erde einsetzen. Oh, Schlange ist auch ziemlich komplex. Der Drachenclan. Metal, sage ich dann nur. Wir beginnen mit einem Scheiterhaufen. Zwei Leibeigner, die Nahrung sammeln, Gebäude zugewiesen werden können. Eui, 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 eui. Drachenmann. Drachene Männer werden durch uralte Opferrituale erschaffen und kämpfen erbittert bis in alle Ewigkeit. Äh. Das Pferd. Kein Zugriff auf Bergwerke? Uh. Bergarbeit oder Schmiede. Ich habe zwei Kriegshäumelige, die in den Fall mit Schmiede ohne Eisen beschworen werden können. Kriegshäumelige können bauen, reparieren, abbauen, schmieden. Ah ja, okay, interessant. Eine eisenlose Fraktion. Richard ist nicht amused. Kraken. Äh. Weder Langschiff-Docs noch Handels. Das ist die... Ich wollte schon gerade sagen. Hä? Gerade die hätte ich mir doch eigentlich marinebasiert vorgestellt. Aber die sind wohl eher auf Fischerei aus. Äh. Okay. Ölger setzen Brauerei. Geisterkriege. Okay. Dann gibt es noch den Ochsen. Ähm. Thorfin. Vereinigten sind sehr größer und essen mehr als andere... von anderen Clans. Oh, also haben wir so quasi so einen Elite-Clan mehr oder minder. Dann gibt es Kraftverteidigungsbundes von 15%. Also alle Einheiten stärker, aber kosten auch, beziehungsweise fressen und essen auch mehr. Okay. Also hier klasse Stadtmasse beim Ochsen-Clan. Dann haben wir auch noch den Luchs. Die schauen ja echt drollig aus. Jagdtrophäen vom Erlegen von Tieren. Bogenplatz ersetzten Axtwerferlage. Jagdtrophäen. Alles... Ah, da geht es wirklich hauptsächlich nur um die Jagd nach Tieren. Okay. Okay. Fläschhörnchen. Clans veranstaltet kein Feast, sondern sammelt seinem Hochzeitsgebiet gebietsabhängige Zutaten, um verschiedene Mahlzeiten zuzubereiten. Okay. Das ist ein Kochsimulator-Clan oder was? Clans beginnt zwei Monate vor Winter anfangen mit dem fieberhaften Anlegen von Vorräten, stärker seine Produktion während dieser Zeit zuverlässig um 30%. Im Winter selbst ist es aber dann nochmal schlimmer. Also geht es wirklich um Wintervorräte sammeln mit dem Clan. Interessant. Ja, Köche können wir machen. Oh Gott. Jetzt wird es interessant. Die Ratte. Das würde mich echt mal interessieren. Ratte. Der Clan hat mehr Dorfbewohner, doch die Neuankömmlinge sind verwundet. Oh Gott. Verwundeneinheiten werden nicht auf Anforderungen zu Frieden angerechnet. Der Clan hat keinen Zugang zu Häusern, doch alle nicht-mystischen Gebäude können als Unterkünfte dienen. Okay. Bewohner warten in eurer Bevölkerungsreserve. Schamanenlager ersetzt die Heilerhütte. Änderten das Clans. Gegner töten oder sterben, werden die Leichen in einem Scheiterhaufen Erläuterung im Schamanenlager eingeäschert. Überstunden ersetzen das Fiest. Alles klar. Oh Stubenreini, danke für die 599. Guten Abend zurück. So, ich muss mal ganz kurz... Wartet mal. Ich hole mal eben kurz ein bisschen in den Chat nach, weil ich war gerade so sehr mit Lesen bescheiden. Ah ne, passt eigentlich soweit. Ich habe gar nicht so viel verpasst. Ah, also Ratte Clan, da muss ich mir das nochmal ganz genau durchlesen. Überstunden. 40% Bonus auf Produktion ihrer Einheiten auf Kosten der Gesundheit. Ach du liebe Zeit, das ist ja echt übel. Aber ich glaube, Ratte Clan könnte echt böse werden. Kein Zugang zu Häuser. Alle nicht müdlichen Gebäude dienen als Unterkünfte. Ja Schamanen, also wir müssen wirklich sehr viel mit Heilung arbeiten, wenn dann alle neuen Leute immer wieder verwundet sind. Und dann gibt es noch den, äh, den Adler-Clan. Weil wer ist jetzt das Speerlager? Falkner, oh. Ein Falken. Sie verwandeln ein geräumtes Gebiet in Knochenfeld. Schaffen da natürlich auch so was noch ein Einhalten. Da fangen wir keinen Bauplatz. Diese Anzahl. Okay, da geht es sehr viel um das Spänen. Anscheinend. Mit den Adlerposten. Ja, Wolf-Clan habe ich leider nicht gespielt. Äh, habe ich leider noch nicht freigescheitert. Gebiete und Militärlager halten ein. Die Lebensqualität. Töten von Feinden generiert Glaube. Scheinheiten können mit Glaube anstelle von Krönz reduziert werden. Okay. Okay, dann weiß ich schon mal Bescheid. Okay, dann machen wir mal unseren Start mit dem Hirsch-Clan. Komm, da passt Grün eigentlich ganz gut. Naturverbunden und so. Okay. Und dann spielen wir einfach mal rein und spielen ein bisschen mit dem Hirsch-Clan. Werden wir jetzt einfach reingeworfen und wir haben, ähm, jetzt einfach nur normales Girmisch. Ich nehme mal schon an, ja. Ach Gott, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel zwar seit gut fünf Jahren nicht gespielt, aber ich erinnere mich an sehr viele Sachen. Mit dem Festmahl, ja, diese Übersicht. Also viele Sachen machen sofort Klick bei mir. Muss ich ja wirklich sagen. Speerlager, genau. Ich glaube, das war sehr wichtig, das gleich schon zu beginnen. Achso, hier, ähm, klickt auf Bauen und Gehör. Ach, ich kriege sogar ein... Dankeschön, ich brauche keine Tipps. Äh. Ah, hier habe ich passiert. Achso, hier habe ich passiert. Okay. Ähm, ich hätte gerne mal, ja. Ich glaube, das Speerlager schon mal zu starten ist keine schlechte Idee. Ähm, ja gut. Gut, okay, ich kann mich an viele Sachen erinnern, aber... Wo jetzt genau... Was genau gemacht wurde, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hatte damals schon eine eigene kleine Build-Order. Ähm... Speerlager. Wie konnte ich hier nochmal Dorfbohnen zuweisen? Aber ja, die Musik, die macht bei mir so auch sofort Klick. So, hier werden Ressourcen reingebracht. Ähm... Wie habe ich... Ich muss jetzt gerade viel zu sehr an... Hier Super Fantasy Kingdom denken, wo ich das einfach ganz leicht mit Mausrad zugewiesen habe. Das ist Galtenhalle. Ähm... Wie, wie weiß ich hier Arbeit dazu? Wie ging das nochmal? Ja, Gebäude und Arbeiter. Wie mache ich die Arbeit? Da musste ich die erstmal irgendwie... Was ist denn der Hauptthalle? Nee, wie habe ich das gemacht? Gehe und Rechtsklick. Achso, ach, ich muss die Dorfbohnen... Ah, okay, 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 okay. Ja, gut. Eigentlich easy peasy. Zwei machen wir mal Holzfäller. Der Rest sammelt mir jetzt einfach mal spontan Nahrung, wenn sie was in der Nähe finden. Das hat ja immer ganz gut geholfen. Ja, okay, alles klar. Wie viel Bauplatz habe ich jetzt eigentlich noch in dem Gebiet? Ah, da. Zwei. Hm. Oh, da sind eine Menge Ressourcen aller Art. Mal überlegen, ob ich schon Krieger machen will. Kriegerachswerfer, Schildknappen, das kenne ich auch noch. Und den Verteidigungsturm natürlich noch. Hier ist ja Jagd, ne? Genau, hier gab es Jagd. Fleisch, Fisch, Wissen, das gibt es ja alles irgendwie. Siedeln wir gleich mal. Und dann schaue ich mal, dass ich hier... Stimmt, einen Langschiff-Docke könnte ich eigentlich auch bauen dann. Oh, Wölfe. Ja, ich glaube, ich mache mal ein Ausbildungslager. Äh, heyho, hab mir gerade eine Folge von Zwei-Kerl-Ein-Karte angeschaut. Macht Freude, das Projekt. Das ist immer wieder schön zu hören. Wir sind schon sehr am Köpfe zusammenstecken, was wir als nächste Staffel machen. Und was für Spiele sich sonst noch eignen könnten, ne? Meine Güte, jetzt motzt mich doch nicht an. Äh... Ja, komm, machen wir mal noch ein Haus her. Ja, Gebiet entwickeln können wir dann brauchen, sobald wir dann das Dock noch machen wollen. Und dann hätte ich hier drüben gerne bitte relativ schnell eine Jagdhütte, um gleich mal Nahrung zu bekommen. Ein Kriegsfeuptling, dafür brauche ich erst mal um einiges mehr Eisen. Trommelwirbel. 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 Bauen wir mal da hinten, bitte. Aber an viele Sachen erinnere ich mich tatsächlich noch. Jetzt macht wieder Klick. Fast wieder ein bisschen wie mit Fahrradfahren. Ich glaube, ein Nahrungssilo könnte sich lohnen, hier wo Fisch ist, Jagd und... Äh... Ja, das war's, Fisch und Jagd. Entschuldigung. So, jetzt kommen noch mal neue Leute. Wir haben drei Aufbewohner übrig. Hier geht mir dann mal schön her... Warte, jetzt sind wir... Ja, es geht ja nämlich um Bauarbeiter. Es geht darum, dass sie hier besetzt und mal schön jagt. Ahoi! Ist das eigentlich die gesamte Karte? Ist die nicht größe? Ich bin so preist. So, wir haben auch ein bisschen Geld. Schmiede. Wir bräuchten mal ein paar Kriege, um uns weiter auszuweiten, bitte. Ah, wir haben Wissen. Stimmt, es gab ja noch Forschung. Ähm, Skyden produzieren mehr Kröns. Erstmal bitte die scharfen Äxte, danke. Wie gut, dass ich gerade einen Krieger gemacht habe. Okay, das lief ja nochmal. Oh, Baumständer, danke für deine Mitgliedschaft seit 29 Monaten mittlerweile. Danke, dank dir kenne ich das Spiel und über 500 Stunden. Da hast du viel mehr drin als ich, auf jeden Fall. Ich hab's, wie gesagt, damals hab ich relativ viel gespielt, aber auch, keine Ahnung, es waren vielleicht 40, 50 Stunden insgesamt mit allen Beta-Partien und der Kampagne. Und dann ist es noch ewig her. Das hier ist Stein, ne? Dann würde ich aber hier auch gleich ein bisschen, weil Stein ist ja so ein bisschen ganz nett, aber hier würde ich dann vielleicht einen Heiler machen und sowas. Dann würde ich ein paar andere Gebäude hier reinbauen. Ein Heiler, nochmal ein Haus. Dann natürlich den Steinmetz. Äh, die Minen waren wo genau? Das ist die Fischerhütte. Könnte man dann eigentlich auch noch machen. Da ist das Bergwerk. So, genau, du wirst mal heiler. Geh mal rein und werd Heiler, bitte. Agrak, genau. Und alle nur in dem Gebiet heilen sich, ne? Oder geht die Heilerin auch rum? Ich glaub, das war nur in dem Gebiet. Das heißt, ich müsste die, ähm, Jägerin da auch mal rüber tun. Das wäre beim Ratte-Klein ja richtig eklig, wenn alle neun Leute dann einfach alle verwundert sind. Was heißt, da wäre ekel? Ja, es ist eklig. So, Stein zum Aufwerten für extra Bevölkerung und Bevölkerungswachstum. Das wird auch wichtig. Und da haben wir einen Runenstein für Wissen. Gott, es gab immer so viel zu beachten. Ich weiß, damals hatte ich mir sogar eine Prioritäten, äh, Liste gemacht habe. Also zumindest so eine kleine Prioritäten-Aufteilung. Du gehst mal Bergwerken. Bergwerken. Ihr hört... Wir haben einfach Goofy rekrutiert, bitte. So, Gebäude ist voll. Dann hätte ich mal gern noch Fisch. Da haben wir Kontakt hergestellt mit Jotun. Wie wollt ihr mit ihm umgehen? Ach, mit den Jotun-Unterschupfen... Unterschupfnudeln. Oh, es gibt... Es gibt drei weitere Clans, die wir hier haben. Äh. Militärische... Oh, das ist neu. Das gab es damals nicht. Führung Beschützer Legion. Hm. Heilung ist gebietsübergreifend in Warteschlange. Siehst du, wenn du die Hütte anklickst. Ah, okay, stimmt. So war das. Alles klar. Ja, super. Dann ist es gut. Okay, da halten wir mal Draugere. Die werden mich höchstwahrscheinlich angreifen. Ah, hallo Winter. Aber wir kriegen dank Fischen und Jagd eigentlich noch ganz gut Nahrung rein. Wir sind zwar leicht im Minus, aber nur leicht. Wenn ich jetzt noch ein Nahrungssilo hier reinbaue, sollte man eigentlich sogar ein Plus sein, nehme ich mal an. Deswegen machen wir das mal. So, jetzt kann ich mal gucken, dass ich mich ein bisschen mit diesen Draugere anlege und die vielleicht irgendwie... Ach, nee, das ist so ein Wolfsbau. Ich glaube, den... Hm. Ja, was wäre Priorität? Ach, du liebe Zeit, sind das viele. Das sind ja vier. Ich habe echt gedacht, das sind nur drei. Hm. Das hier scheint weniger zu sein. Da hole ich mir erst mal den Sumpf da. So. Jawohl, wir sind ganz leicht im Plus. Okay, ähm... Ja, Marktplatz und Handelsposten. Händler machen Grüns. Dorfbrunner zu Händlern investiert jetzt Grüns in verschiedene Ressourcen. Langschiff-Doc für Wissen und Ruhm. Können wir den... den Stein hier irgendwie nutzen. Skalden für Ruhm und Zufriedenheit. Bekannter Clan, Torf von Helheim. Öh. Da, gemeißelter Stein. Da brauche ich ja erst mal zehn. Ich kann ins Bergwerk doch noch einen weiteren reintun, ne? Komm mal ran. Oh. Wisst ihr was? Wie holen wir uns noch mal einen weiteren Speer ran? Dö, 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 dö. Ich kann mich echt noch an die Musik erinnern. Unglaublich. Es gibt manche Sachen, die vergisst man einfach so schnell nicht. Ich frage mich, warum ich Novgor so lange nicht gespielt habe. Wobei mir hat es echt Spaß gemacht. Die Musik war toll. Das Gameplay hat irgendwie immer Spaß gemacht. Also im Grunde hätte ich eigentlich immer noch mal Dorfgart reingucken können. Aber es ist eines dieser Spiele, was man dann mal einfach kurz beiseite gelegt hat. Und dann, ihr kennt es doch. Ihr habt doch bestimmt alle diese typischen Spiele, die ihr gern gespielt habt, dann mal kurz beiseite legt. Und dass ihr diesen kurz beiseite legt, wird einfach ewig viel Zeit plötzlich. Äh, Produktionsbonus von 10%. Zudem werden die Aufhängungskosten reduziert. Das ist gut. Hm. Machen wir einen Bonus für die Silos, weil wir gerade schon eins haben. Jedes Nahrungssiegler D plus 3 Nahrung. Uh. Herzlichen Glückwunsch. Unser Clan ist bereit für ein neues Jahr. Jawohl. So, hackt mal. Ähm, ja, hier müssen wir wählen. Eine Laufbahn, was es auch immer damit auf sich hat. Wir hacken erstmal einen Draugel zusammen. Nichts Persönliches. Ich muss weg. So. Militärische Laufbahn. Okay. Kriegshäuptling kann eine Leibwache rekrutieren. Okay. Und hier haben wir ein neues Gebäude, verfügbar Wachttur. Moment mal, normalerweise können wir den Wachtturm gar nicht bauen. Da müssen wir extra eine Laufbahn für machen. Interessant. Äh. Legionen. Kosten für militärischen Gebäuden. Okay, wenn ich das richtig verstehe. Ähm. Anführer und Leibwache. Äh. Basis Verteidigung. Und hier Militär. Wenn ich das richtig verstehe. Hm. Oh. Wisst ihr was? Wir machen mal defensiv erstmal. Machen wir mal defensiv. Haben wir einen Wachtturm? Weil ich habe schon gesehen, da können wir später noch Milizen holen. Das könnte mir vielleicht den Arsch retten, jetzt wo ich noch keine wirkliche Erfahrung habe gerade. Gott, ich sehe nichts. Regen. Hör auf. Ah, drei von drei Gebäuden. Ich muss hier mal entwickeln. Ich sehe nichts. Einen schwarzen Bildschirm habe ich. Einen schwarzen Bildschirm. Wie könnte ich die Kriegsmeute nochmal erhöhen? Mehr Militärlager. Ach, Bevölkerung ist auch vor. Oh, nö. Nein. Gemeindehaus ist auch noch. Nö. Ach, ein verbesserter Turm. Ach so, man konnte sonst auch Türme bauen, aber jetzt ist er quasi besser geworden, ja? Ich glaube, der Turm konnte doch immer bis überall hinschießen, ne? Also immer zum Kartenrand. Von daher, ich brauche ihn einfach mal so mittig. Ich glaube, ein Kartenrand war sogar schlecht, weil der könnte dann immer auch gleich schießen, wenn die Gegner über die Karte gekommen sind. Der weiße Stein beim Bissens... Ach so, ach so funktioniert... Warte mal, das können wir doch immer noch abbrechen, oder? Ja, ich bekomme die Ressourcen zurück. Ach so war das. Okay, danke für den Hinweis. Ähm, ich dachte, das war das Abbaugebäude, aber wir können einfach so jemanden hinschicken. Der Menschenskind, das macht es dann natürlich einfacher. Dann kann ich ja mal die Ressourcen hier auch mal nutzen, um hier endlich aufzuwerten. Dann habe ich auch gleich mal ein bisschen mehr Platz. So, hier ist jetzt soweit verteidigt, dank dem Turm. Das sieht mir wirklich nach einem besseren Wachtturm aus. Das sieht protziger aus als der andere. So, auch ein Bonus auf... Komm, machen wir mal kurz ein Fest mal. Gibt ja auch eine gute Produktion. Holz sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Okay, dann mache ich mal noch eine weitere Mine. Außerdem gibt es hier nichts. Deswegen werde ich ja auch noch mal ein Haus hinbauen. Und vielleicht sogar schon so ein... Habe ich denn nicht schon einen Speer rübergeschickt? Wo sind meine Speer eigentlich? Du da, komm mal her. Ach, bereits ge... Okay, okay, dann mach weiter, was du tust. Moment, Moment, dann konnte das besetzt werden. Sehe ich das richtig? Ne, es ist ja bereits geblündert. Okay. Was soll's? Ähm, jawoll. Nahrungs-Silo erhält Nahrung. Sehr gut. Hm. So. Das bedeutet aber, dass ich jetzt hier wieder einen Gebäudeplatz frei habe, ne? Sehr schön. Händler für Kröns. Ich glaube, Kröns könnte ich gerade mal gebrauchen. Oh, mein Markplatz. Ähm, hier müssen wir noch aufbauen, bitte. Nein. Ja. Bestätigen, ja. Hallöchen, alle, die noch hinzukommen. Alles klar, Tobi. Äh, bist wahrscheinlich schon weg, aber... Wenn du's nachträglich siehst, auf jeden Fall... Dir eine schöne Schicht. Ahoi. So, dann können wir eigentlich auch gleich die Schmiede noch machen. Äh, da ist die Schmiede. So, Handelsposten nutzen, bitte. Es gab irgendeinen Clan, den hab ich gerne gespielt. Da habt die Brauerei... Haben die Brauereien ebenfalls noch... Oh, warum bist du unglücklich? Eure Clan ist nicht zufrieden. Warum ist unser Clan so unzufrieden? Bevölkerung. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt wirklich mal... ein Bier. Fürs Volk. Ah, ist jetzt fertig, ja. Okay. Dann weiß ich doch, wo ich mein Bier herkriege. Ähm, Handelsposten nicht. Skaldenhalle. Das ist die Skaldenhalle? Das ist irgendwie noch ein bisschen anders in Erinnerung. So, rüber und bauen. Ich dachte wirklich, da war noch so eine Brauerei, die wir gebraucht haben oder sowas. Wirst du noch den neuen Geschichtenmodus spielen? Vielleicht würde ich das mir irgendwann mal als Let's Play-Projekt so, äh, mal anlächeln, aber aktuell ist es nicht direkt geplant. Außer natürlich, das ist jetzt riesige Nachfrage und die Leute stürmen richtig die Bude ein und Northgard. Ich weiß, dass damals Northgard durchaus gefragt war, aber noch eine Zeit war halt das Interesse weg. Und ich hab's dann auch so ein bisschen aus dem Auge verloren. Aber es soll jetzt sehr große Nachfrage sein, werde ich's vielleicht ein bisschen vorschieben, aber aktuell ist es nicht geplant. So, scrollt. So, Zufriedenheit ist wieder da. Es ist wieder Zufriedenheit im Haus. So, Felder, Jagdhütte, Fischerhütte. So, das Speerlager läuft weiter. Sammeln. Hier, wir bekommen jetzt ein paar Münzen, aber... Ich hab zwei Leute, die hier... Ah, nee, das ist für die Handelsrouten. Hm. Tun Zwerge, wo sind Zwerge? Ich geb ihnen Nahrung, aber ich erhalte auch Nahrung zurück. Hm, gut, wenn alles gut läuft, könnte ich das machen. Aber mach ich mal mit den Jötülen. Dann muss ich aber natürlich entsprechend auch jetzt dann hierher gehen und die Nahrungsproduktion erhöhen. Das ist ein Hort. Steinkosten für Altar der Könige werden verringert. Das machen wir auch schon mal. Wunderbar. Neue Titel. Tane. Zwar noch gehört. Wo bringt dein Boot noch... Alle zwei nur drum, bringt euch ein Boot. Nahrungssteiner, als AirPods, wir sind noch ein Stein. ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜüÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Frieden, aber kein unbefugtes Betreten. Verbindet in der Schlacht. Interessant, man kann sich also wirklich richtig mit den Anfreunden, mit den Fraktionen. Rivalitäten, Städtepartnerschaften, Belauschen, oh Gott, was gibt's denn alles? Schikanieren. Also, sie haben echt ein paar neue Systeme hinzugefügt. Dann kann ich ja auch irgendwo diese, ja genau, Siegbedingungen. Ach, sie sind alle noch weit entfernt, alles klar. Ihr seid fertig, ja? Den kann mal weg. Ich hätte nach wie vor gerne eine Schmiede. Und nach wie vor hätte ich gerne mal jetzt hier die Jagdhütte weiter aufgewertet. Äh, hat das Jagdhütten aufwerten nicht. Achso, ich hab nicht bestätigt. So, jetzt sollte gut Nahrung reinkommen. Ja, das könnte aber auch besser sein. Frage, Utwin, hast du eigentlich Interesse an Kartenspielen? Oh, ich war mal ein bisschen interessiert dran, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das voll mache. Also, meinst du jetzt wirklich sowas wie Magic, The Gathering oder Yu-Gi-Oh! Oder die Pokémon-Karten spielen irgendwas in der Richtung? Oder wie meinst du jetzt? Oder geht's um Poké? Also, an sich hab ich mich mal ein bisschen dafür interessiert. Ich hab auch mal eine Weile lang Hearthstone gespielt, aber ich weiß, das ist so ultra simpel. Ähm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein richtiger Crack bin. Ähm. Wir haben Ratten. Wir haben noch mehr Ratten. Ratten verbreiten Krankheit. Mitglieder sind krank. So ein der Scheiße, das ist so ein Event, ne? Konnte ich da irgendwas gegen machen? Ich meine mich fast zu erinnern, aber ich pausier mal ganz kurz. Auch schon wegen Chat. Ähm. Hi, Ryushin. Danke für die 31-monatige Mitgliedschaft mittlerweile schon. Ich weiß, dass du weniger mit Leuten aus Chatter-Community spielst und dass du mehr auf Kurga abwälzt. Ich frag den noch, Northgard mitgegen und Windiane. Oh, dafür muss ich erstmal, bevor ich die Frage beantworten kann, muss ich erstmal wissen, ob ich überhaupt großartig weiter Northgard spiele und vor allem, ob ich sie im Multiplayer spiele. Äh. Ah, jetzt sind die halt krank. Was mach ich da? Ich hab's jetzt seit Langem halt mal wieder angeschaut. Und ich hab... Es steht noch komplett in den Sternen, ob ich jetzt noch mehr Northgard spielen werde in Zukunft. Oder... Äh. Hm. Kornspeicher. Ich hab doch einen Kornspeicher gebaut. Noch einen, oder was? Oder ist das nicht ein... Ach, stimmt. Moment, Moment. Gab's nicht im Nahrungsstil und nicht noch... Okay, die Ratten scheinen weg zu sein. Jetzt ist einer gestorben. Der Kornspeicher hat nur in dem jeweiligen Gebiet geschützt, ne? Heile in der Heilehütte. Ja. Schmiede, bitte. Das Eisen weiter zu verarbeiten. Dann bräuchte ich nochmal bitte neues Stein. Mann! So, jetzt. Äh. Ah, hier waren die Verbesserungen. Gut, ich kann ja auch mal meinen Helden holen, ne? Ähä. Ähä. Lass dich... Lass dich nicht trollen. Ratten-Event geht ne Weile. Macht Leute kranken. Höht Nahrungsverbrauch. Okay, alles klar. Der Kraken-Clan hat sich gemeldet. So, ich würde sagen, gib mal kurz ein Fest mal. Ran mit den Ressourcen. Ich kenne sogar den Turm. Angriff, Assistenz. Drei auf militärische Erfahrung. Ah, was können wir denn jetzt machen? Werteleistung in Skyton produzieren. Kunst. Oh! Werkzeugverbesserung für Skyton ist kostenlos. Uuuuh. Okay. Alles klar. Verbessern wir mal die Skyton, bitte. Mehr Ruhm und Zufriedenheit und mehr Kröns. Jo, geil. Okay, dann warte. Ich würde schon sagen, es gab doch irgendeinen Clan, der durch die Skyton-Hallen Kröns verdient hat. Dann war das der Hüsch-Clan. Deswegen war die Skyton... Deswegen hat die auch so anders ausgeschaut. Was hat es mit dem Marktplatz auf sich gehabt nochmal? Ich mach den mal. Einfach um es nochmal zu wissen. Vor euch ewig hier rumspekulatius. Da reicht eigentlich auch ein Schmied. Okay. Du hast einen Clan, den ich freigeschaltet hast. Äh, ja, der eine Clan, der mir noch fehlt. Ach so, ach so. Wolf, Schlange, Drache. Ja, 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 ja. Der Lotus-Clan fehlt noch. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Jetzt hab ich die Referenz verstanden. Okay. Relikte. Zitrina der Bevölkerung ist um... Ein Heria. Mächtigen Einheiten, mehr Nahrung verbrauchen, stärken, mit Ruhm des Clans anwächst. Stimmt. Es gab, glaube ich, wirklich ein paar Clans, bei denen die richtig stark skaliert haben. Das weiß ich auch noch. Hm. Warten wir mal ganz kurz damit. Ach komm, noch ein festes Mal. Ab geht er. Dann würde ich ihm als Gebiet entwickeln. Und ein paar Langschiffe losschicken. Ab geht's mit dem Schlange-Schiff. Du gehst mal rüber. Zum Marktplatz. Ähm. Ah, hier konnte man kaufen. Hat er jetzt auch irgendwie Grins produziert? Wahrscheinlich schon, ne? Okay. Dann weiß ich schon mal Bescheid, dass ich nichts weiß. Ich finde es schon lustig, wie ich hier beim Spielen gesagt habe. Mensch, es gab doch irgendeinen Clan, der hier ein spezielles Gehalten machen konnte. Mit dem man auch hier Grönsre generieren konnte. Da war es der Clan, der ich gerade spiele. Der Hirsch-Clan. Ahoy. So, ihr könnt mir auf Raubzüge gehen. Wisst ihr was? Ihr geht mir gleich mal auf verbesserte Raubzüge. Weil ich kann mich erinnern, dass ich das damals gerne gemacht habe. Dann ist natürlich die Frage aus, was für eine Art Sieg ich gehen will. Und was die mir holen sollen. Aber ich würde mal sagen, Wissen ist nicht schlecht. Weiterforschung ist eine gute Idee. Ich meine, Ruhm bringt mir auch mal wieder Ressourcen. Aber komm, machen wir mal Wissen. Wissen, Wissen, Wissen. Häuser. Gibt mal aufgewertet. Bitteschön. Jetzt motzt nicht mehr rum. So, mehr Stein ist dann auch noch wichtig. Hier im Sumpf könnte man noch was aufbauen. Da kann ich auch nochmal ein Haus dann hinsetzen. Da haben wir Wölfe. Da würde ich aber vielleicht mal doch warten, bis ich hier mal meinen Kriegshöpling hole. Der kann dann gleich mit helfen. Okay. Sag mal, Leute. Fange ich jetzt mit Homeworld 1 an oder spiele ich Impossible Creatures? Also, hm. Also, ich bin ein bisschen Homeworld 1-biased, natürlich. Aber Homeworld ist tatsächlich auch so ein Spiel, das ich auch mal irgendwo noch let's playen will. Aber, hm. Ich meine, ja, vor Homeworld 3 wäre eine gute Idee. Aber das wird dann doch ein bisschen schnell. Leuchtturm-freie Ressourcenproduktion von Seefahrern. Handelsrouten produzieren mehr Gröns. Händler produzieren mehr Gröns. Mache ich mal die Seefahrer. Ah, okay. Verluste von Produktion von Nahrung im Winter. Auch von Holz. Okay. Also, Friedenheit. 15... Oh, Stein und Eisen einfach so zu bekommen, ist auch geil. Aber machen wir mal Verbrauch von Nahrung und Holz besser. Einen Holzfüller mehr, weil ich sehe, dass wir da auch was brauchen könnten noch. Zack. So, ihr kommt mal ran und macht mal. Der Brand. Ah, wir haben sogar einen Malus gerade im Winter. Aber es passt noch. Für Wölfe reicht's. Warmes angenehmes Gebiet. Gewährt bei Kontrolle im Winter mehr zufrieden. Oh. Und weniger Holzverbrauch. noch mal reduziert, obwohl ich das ja schon reduziert habe. Interessant. Dann mal beschniedeln, bitte. Jawohl. Und schafft freigeschaltet. Hot Water. Allright. Ich brauche mal noch ein Haus. Neue Wölfe. Und guten Abend an alle, die noch kommen. Humboldt wurde auf Februar 2024 verschoben. Ja, das ist wirklich gut, dass sie sich die Zeit nehmen. Lieber verschieben. Weil es ist ja, wie ich schon so oft gehört habe, immer wieder. Ähm. In unserer heutigen Welt ist ja wirklich so, du kannst jetzt nicht wirklich nichts mehr richtig machen. Du verschiebst ein Spiel, die Leute regen sich auf. Du bringst ein Spiel früh raus, die Leute regen sich auf, dass es nicht unfertig ist. Wenn ich die Wahl habe, nehme ich lieber ein Spiel, das länger in der Produktion ist und verschoben wird. Und dafür kommt es dann wenigstens, ähm, bugfrei und fertig raus. Ach, Winterhütz hört auf zu heulen. Oh Gott, Holz. Wir haben keinen Holzer mehr. Das ist schlecht. Die Leute frieren. Ist der Winter zweitmal vorbei? Wie lange geht denn der noch? Aber wir haben halt einen Schneesturm. Das macht es nochmal schlimmer. Das hätte ich eigentlich sparen sollen. Das ist nicht gut. Moment, haben wir... Okay, damit habe ich mich retten können kurz. Äh, halt. Stopp. Lauf, Dorfbewohner. Zwerge? Warum greifen mich Zwerge an? Äh, was war... Ich habe es jetzt nicht gesehen. Irgendwas war da gerade. Okay, die Zwerge mögen mich plötzlich nicht. Verstehe. Uncool. Ah, die sind da hinten, die Zwerge. Toll, da ist einer gestorben. Ich glaube, ich könnte noch einen Turm gebrauchen. Okay, wir haben wieder Holz im Haus. Aber ich glaube, eine weitere Holzwehrleute könnte nicht schaden. Oh, shit. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. So, ich habe jetzt mal eine Kontrollkuppe bekommen. Held beim Bingo-Prest. Zwerge mögen es nicht, wenn man neben sie ansiedelt. Ah, okay. Verstehe. Da hinten ist dann eh Ruhe. Hier muss ich mich gar nicht mal großartig verteidigen, wenn ich das jetzt einfach mal wegmache. Besiedeln, bitte. Meister der Lehre werdet ihr. Dann besetzen wir mal den Steinkreis, bitte. Neben dem Steinkreis hätte ich dann gerne bald noch... Ah, ihr seid auch fertig. Sehr gut. Äh, warum sind die Kosten für besiedelte neue Gebiete und Produktion pro Einheit erhöht sich? Äh... Kosten von Gebäuden, Standteilungskosten. Oh, ich kriege sogar einen kostenlosen gemeißelten Stein. Oh, cool. Nice. Dann bauen wir den doch hier rein. Haben wir überhaupt noch Heiler? Eigentlich schon. Ah, die sind... Die müssen wir noch gerade... Okay. Mach mal schneller, bitte. Und noch einen Heiler dazu. Wir haben gerade sehr viele Kunden hier. Paris... Paris-Finale als Livestream. Nö, ich glaube, das ist jetzt ganz normal. Das ist das Webprojekt. Das ist ja eigentlich nicht verkehrt. So, mach mit der einen weg. Einen weg, dann bin ich glücklich. Der ist echt stark, der tut. So, einer ist down. Den Rest machen wir danach. Und dann... Und dann... Oh, shit. Shit. Ja, mehr Fisch bitte. Einer meiner Fischer ist gestorben zwischenzeitlich. Wir brauchen Nahrung. Frisch. Oh, danke. Okay, das wird eng. Vor allem, wenn der Winter dann noch kommt. Wir brauchen mal dringend Nahrung. Gibt's hier noch irgendwo... Nee, gibt's keine Felder, die mir auf irgendeine Weise Nahrung geben, ne? Das ist ein Problem. Ich hab nur ein ganz leichtes Plus bis jetzt. Oben 30 Patienten gewinnen, das Handelsrouten, Hauptverkehrsrouten. Komm, mach mal. Opferbrunnen. Ah, okay. Ich könnte ein Opferbrunnen machen, um die Zwerge weniger aggressiv zu machen im Gebiet. Ah, Alter der Könige. Brauche ich den mal hierher. Den kann ich ja auch günstiger bauen, das hab ich ja extra erforscht. Ähm, Hurin, danke für deine 10-monatige Mitgliedschaft mittlerweile. Bin richtig gehypt auf die Stronghold-Kampagne. Du meinst das Remaster? Oh, da bin ich auch gespannt. Wird auch nicht mehr lange dauern. Nach dem Projekt mit Kurga gibt's noch eine Handvoll Tipp-Videos. Drei Stück hab ich geplant, die dann auch so kommen. Und dann fang ich mit dem Remaster an. Das nächste Tipp-Video ist sogar schon produziert. Ich würd's dann bloß für den nächsten Wochen Sonntag wahrscheinlich einplanen. Oh, hat jemand anderes auch noch einen Alter der Könige. Alles klar. Ah, jetzt hab ich wieder... Das war irgendein Event, was mir die Nahrung so geklaut hat, ne? Jetzt geht's eigentlich wieder. Seltsam. Schöne Überraschung, dass du noch... Ja, genau, der Hirsch-Clan. Zum Einspielen, weil das ist noch so der Basis-Clan, wenn man so will. Kannst du die Zwerge nicht einfach töten? Das könnte ich auch tun. Was meint ihr? Soll ich sie besänftigen oder soll ich sie töten? Ich mein, die haben einen Stein vorkommen, ne? Ich krieg... Ich krieg... Mit denen müsste ich eigentlich ein ganz gutes Verhältnis haben, weil ich ja mit denen handel. Ah, da kommen noch mal Jutuns. Ich bekomme noch mal neue Sachen per Schiff. Was für ein Verkehr. Was für ein Wahnsinn. Oh. Da prügelt jemand meine Jutuns. Was soll denn das? Genauer. Verpasst euch. Die Typen... Was soll ich noch? Mit denen handel ich. Wann eigentlich irgendwie... Kann ich denen irgendwie helfen? Ne, kann ich nicht. Müsste ich erstmal angrenzen. Aber die machen es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, die verteidigen sich da. Ach, guck mal. Der hat jemand auch einen Opferbrunnen gemacht. Interessant. Okay. Okay. Zwergus Natsus por favor. Aber das ist dann erst wirklich... Sobald ich noch ein paar mehr Truppen habe, würde ich sagen. Oh, jetzt kommt plötzlich die Nahrung, ey. Angriffskraft aller Militärischen Einheiten. Ja, das ist auch schon mal gut. Kraft der Militärischen Einheiten. Ja! Ah! Das Jung und Stolz. Das hat, glaube ich, ziemlich stark skaliert. Ich würde gerade sagen, es gab doch noch irgendwelche Skalierungen. Angriffskraft der Militärischen Einheiten für jedes Gebiet, das ihr kontrolliert. Das war damals aber, glaube ich, was anderes mit dem es skaliert hat. Ich glaube, das ging mir den Skalden hoch oder sowas. Ah, ich kann auch meinen Segen machen. Ja, die zufrieden. Das ist gar nicht mehr so wichtig. Stein und Eisen nehme ich gerne erstmal wieder. Okay. Dann werten wir mal das Ausbildungslager auf. Dann können wir nämlich einen Kriegermeer machen. Und dann hätte ich irgendwann gerne noch so ein Axtwerfer-Lager. So eins von diesen sogenannten Axtwerfer-Lagen. Muss schön die ganze Zeit noch so diese Gänsefüßchen machen. Machen wir mal hier noch einen Holzfäller hin, dass das im Notfall auch hält. Was ließ den Chat Zwerge nicht töten? Oh, ja, einer hat geschrieben töten. Zwerge töten lohnt nie. Das Steineisen bei ihnen bauen sie ab. Dreißig Freundschaft ab und versorgen dich damit. Oh. 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 Gut, dann nimm mal ein bisschen Besänftigung. Vielleicht. Ich kann ja... Ich kann doch bestimmt noch eine weitere Handelsroute machen. Was? Die Zwergenschürfe suchen begierig nach Edelsteinen. Baut sie ab und schickt sie ihnen oder verkauft sie ihnen verdient daran. Wer am meisten beiträgt, der hält Steine und Eisen. Edelsteine? Wo soll ich denn Edelsteine herbekommen? Hab ich da noch nie von gehört. So ein Waffen-Eisiges Wunder werden Milizen eingeschifft, um euch das Verteidigung des Gebiets zu unterstützen. Ah, das geht jetzt automatisch hoch, oder wie? Kostenlose Wachtturm-Aufwertung geht es ja. Kriegshäuptling kann eine Stachelbarrikade platzieren. Abgesandte für Rivalitäten. Ah, ja. Okay. Das sieht aus wie ein Roboter-Staubsauger. So ein Roomba. Alter... Ich müsste nicht vor Edelsteine werden. Ich hab noch nie welche gesehen. Ja, vielleicht wär's mit denen da. Hör mal ran da. Na, das sind ja auch... Sie sind jetzt extra fürs Event entstanden, oder wie? Ihr seid mir ja lustig. Guck mal hier ran. Also... Machen wir die Verteidigungsstrategie. Ich greif einfach im Winter nicht an und gut ist. So, rüber. Wird hier mal abgebaut. Wie schicke ich denen das? Muss ich das dann über so einen Handelsteil machen? Wahrscheinlich über so einen Handelsposten. Da bräuchte ich noch einen. Dieser Pfosten braucht einen Handelsposten. Ah, ja. Ah, Edelsteine. Busst ne Komma sieben Berge ab halt. Achso. Okay. Kannst du suchen. Oh, ich würde den Handel aber ungern abbrechen mit denen. Ich würde den gerne beibehalten. Ja, ihr habt einen tollen Natal der Könige. Ihr seid richtig tolle Tuk-Tuks. Das ist perfekt. Seid stolz. Ein Haus bräuchte ich halt auch noch. Das ist ein schönes Sumpfhaus. Da freut man sich doch zu wohnen. Zwerge, Edelsteine, bitteschön. Äh, Moment mal. Ich krieg so viel weg, aber ich krieg die gleiche Zahl zurück. Wollt ihr mich verarschen? Wofür mal... Okay. Okay, Frieden. Oh, abgebaut. Oh Gott, der Wolf-Clan. Oh mein Gott. Okay, er hat zwei. Weißt du was? Kann ich noch eine zweite Handels... Kann ich dann doppelt so viel machen? Nee, oder? Ich glaub, der Wolf-Clan ist zu schnell. Ich hab zu lange gewartet. Oder kann ich? Habe ich jetzt eine doppelte Handelsroute aufgebaut? Dann hab ich vielleicht eine Chance. Okay. Sonst wird es jetzt ein bisschen knapp. Wolf-Clan hat das so richtig reingepumpt gerade. Joa. Finde ich auch. Jung und stolz. Jawohl. Hm, ich glaub, das schaff ich nicht mehr. Dammit. Na ja. Ich hab mein Bestes gegeben. Hm... Wenn ich noch eine Achswehrverlage haben will, dann würde ich hier nicht das... Jo. Okay. Egal. Jetzt würde ich aber trotzdem gut von den Zwergen was bekommen, ne? Ich handel das einfach noch ein bisschen weiter mit den Zwergen. Für... Geliebtheit. Aber ihr könnt mal wieder zu den... Yotun wechseln. 702. Dann Nahrung. Aber die Holzverlöte steht nur für den Notfall, falls ich nochmal was besetzen muss. Die werden gleich mal weggemacht. Die unsere Krieger sind auf jeden Fall viel stärker. Das ist nice. Das ist nice. Oi. Aufs Maul. Oi, komm ich schon rüber. So, jetzt wird das Gebiet hier mal befriedet. Kriegt jetzt mal ein bisschen Demokratie. Kriegt gleich neues Eisen. Win-Win. Ihr kriegt Demokratie. Ich krieg alle Ressourcen, die ihr habt. So. Geschenke geben euch 0,2 Steine oder 0,2 Eisen, solange ihre Vorräte reichen. Oh, das ist eine Menge. Ich könnte auch einfach den Krieg erklären. Ist in Ordnung. Aber jetzt dürfte ich wahrscheinlich auch das Gebiet von denen betreten, nehme ich mal an. Da ist einer der Clans. So. Bitte mal fertig bauen hier. Und dann würde ich hier auch gerne noch ein Haus bauen. Komm, Olaf. Haus bauen. Komm, Olaf. Einsteigen. Zufriedenheit passt soweit noch. Können wir noch irgendwo was aufwerten? Gebiet? Ja, hier können wir noch Gebiete entwickeln. Entwickeln wir mal hier. Und machen hier mal noch einen... Achswerferlager. Ja. Gut. Ja. Ja. Geben. Oh. Oh. gainen. Ja. Ja, da. Ich gehe mir drin. Ja. Ich gehe mir drin. äh. Mit mir. Béz. Äh. Komm, machen wir einen legendären Helden, bitte. Äh, Siegbedingungen? Wie sieht's aus? Oh, das ist immer auf einem sehr guten Weg. Oh, Festmahl von Valhalla. Okay, das ist natürlich der Eichhörnchen, der Koch-Clan quasi, der Cooking-Simulator-Clan. Helheim, Weisheit, Segen der Götter. Handel habe ich noch gar nichts. Aber Ruhm bin ich auf einem guten Weg und dabei spezialisiere ich mich noch nicht mehr wirklich drauf. Ah, und das ist für den Sieg. Jutun wurde besiegt? Ach, nö. Äh, okay. Zwerge. Zwerge ist es. Wir machen hier schon Edelsteine noch. Toll, hallo Winter. Ich hoffe, du bist stolz auf deine frostigen Leistungen. So, ich hätte jetzt gerne... Oh, wir haben volle Nahrungsspeicher. Gucken wir nochmal, ob wir in der Schmiede was Wichtiges machen können. Wir könnten ein bisschen extra Holz gebrauchen. Wo habe ich nochmal meinen... Da drüben, ne? Axtwerfer. Eins. Zwei. Drei. Gute Namen, Nidu. Kennst du Ostriff? Das könnte auch was für dich sein. Ich glaube, ich kenne das Spiel. War das nicht dieses Aufbauspiel? War ein Aufbaugame, oder? So ein Städtebau, so ein City-Builder? Wenn nicht, dann kann es sein, dass ich mich vertue. Ja, wir könnten jetzt auch einfach Eisen kaufen, ne? Eisen und Steine. Kommen, jetzt können wir uns ein paar Upgrades holen. Können doch Relikte bauen, ne? Hm, Mjölnje. Relikte des Hirschclans. Komm, dann machen wir das mal. Wir sollen es mal ein bisschen schneller machen. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir wollen besiedeln. Guten Abend, Bruder Regatobi. So, jetzt werden mal Wölfe gekloppt hier. Der wollte gerade über die Grenze. Wahnsinn. Okay. Da haben wir ein paar Nachbarn. Ja, das ist der ganz normale Verteidigungsturm. Was ist meine? Der hat weniger Angriffs. Okay, das ist auch eine verbesserte Version, glaube ich. Oh, das habe ich schon wieder nicht gesehen. Egal. Okay, dann war es wahrscheinlich dieses... Dann mal ganz kurz noch weiter ausdrift. Das war, glaube ich, das, was hier in Ostblock gespielt hat, ne? Meine, mich zu erinnern. Habe ich doch das richtige Spiel im Kopf gehabt. Ich glaube, das war so eins dieser Spiele, wo ich mal reingeschaut habe. Also zumindest mal angeschaut habe, so... Was so Previews angeht und sowas. Und dann habe ich gedacht, okay, kann man sich mal vormerken. Jetzt ist aber nichts, wo ich jetzt ultra scharf drauf bin. Mäh. Regil. Also wenn ich jetzt... Gut, ich meine, ich könnte jetzt dann einfach so ein... Rumsieg ist aber auch gar nicht. Also der Eichhörnchen-Clan, der legt hier richtig los. So, was können wir denn hier noch so bauen? Könnten wir denn eine Skaldenhalle machen, ne? Aber auch Selbstzufriedenheit, die läuft eigentlich noch ganz gut. Alle Ressourcen laufen eigentlich gerade ganz gut. Ich mache so mal das Ding. Handelseinfluss. Hm. Boah, das kostet aber zu viel. Nö, das ist nur... Nur muss man gesehen zu haben. Äh, Schildknappen gegen Distanz. Das sind quasi die Fuskale hier. Zwei Zwergenagenten haben sich mal... Zwergenagenten? Zwergenagent. Äh, sind Einheiten, die von ihren Zünften entsandt worden sind, um an verschiedenen Orten Bergbau- und Schmiedeaufgaben zu erledigen. Ja dann, ganz ohne Scheiß, geht mir in die Schmieden. Bergbau habe ich jetzt eh nicht so viel, aber hier an der Schmiede könnt ihr mal weitermachen. Da seid ihr bestimmt besonders gut drin. Eben das, was er am besten kann. Äh, 20% dafür, dass ich hier zufrieden habe, wenn ich mir leider dafür komme. Händler, Zimmerei, Aufwärtskosten. Marktplatz für Ressourcen ist auch ganz nett. Machen wir mal den Marktplatzkosten. Das ist verbessert. Können wir schneller nachrüsten, wenn wir irgendwas haben wollen. So, laden wir mal auf. Aber wir haben jetzt schon ewig keine Nahrungsquellen mehr gefunden hier. Dass wir nur mit diesen zwei so lange hinge... Oh, Feuerschutz. Jedes Jahr eine kostenlose Wachtturmerweiterung. Ah, habe ich sogar. Machen wir mal. Vergleichen wir uns mal den Verbesserten hier und den Verbesserten da. Ja, der hat ein bisschen mehr Defensive, dieser Wachtturm von dem Wachtturm-Tree, aber... Hm. Aber auch nur minimal besser als der Verteidigungsturm. Ein kleines bisschen mehr Panzerung. So, was können wir noch hier hinbauen? Machen wir noch ein Schildklappenlager. Klappe, knappe. Äh, hey, Odwin, bin's stiller Zuschauer. Die neue Serie ist der Hammer. Kann sich noch ausgeweitet werden auf mehrere Maps und Challenges, oder? Also, die zweite Staffel planen Kurga und ich auf jeden Fall noch mit Stronghold. Mal gucken, ob Stronghold 1 oder Grisada wird. In der Map müssen wir uns auch noch aussuchen, oder sonst wird wieder eine gemacht. Ähm, abseits davon sind wir am Überlegen, das noch auf andere Spiele auszuweiten. Jetzt sind wir am Überlegen, ob wir das vielleicht sogar zu dritt machen können, dass wir Fister mit dazu holen, weil er war auch interessiert dran. Dass wir das vielleicht mal mit Empire Earth machen und dann eine große, lange Runde machen und uns zu dritt abwechseln. Das wäre eine Idee. Es gibt viele Spiele, wo man eine Idee haben könnte. Aber ich glaube, zum Ende der Staffel 1, jetzt von zwei Kerl an die Karte, werde ich mir auch mal so einen kleinen Kommentar machen, wo ihr Vorschläge posten könnt. Ähm, mit was man das noch so spielen könnte. Schüttknappe Feuerschutz. Menschlich, einer hat ein Gebiet mit einem verbindeten Verteidigungssturm oder Wachtturm, er hat ein 15-20-Verteidigung. Oh. Ähm, ja, aber zweite Staffel, auf jeden Fall wird das Stronghold. So, was ist denn das? Ist das der Eichhörnchen-Clan eigentlich? Welcher Clan ist hier? Das ist der rote Clan, das müsste eigentlich Olsen sein, ne? Was ist denn auch diese Ruinen? Das lasse ich mal gar nicht durchgehen. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ihr habt mir zu viel. Angriff! Keine Gewalt ist auch keine Lösung. Machen wir mal ein Festwahl, wir haben so viel Zeug da. Bup! Fister wäre Schlacht Mitteladäne oder sonst. Ja, ich glaub, ein Schlacht Mitteladäne wird sich nicht dieses Format mit dem abwechselnd Spielstand, ähm, schicken, lohnen. Außer es ist eine ganz große Spezial-Map irgendwie. Machst du beiden wieder einen Trio-Stream? Achso, meint jetzt mit den anderen beiden. Müssten wir mal gucken. Ob es abseits von diesem Prey... Also, steht vieles gerade noch in den Sternen, sagen wir es mal so. Kann ich noch nichts versprechen. Töre. Aha, ich hab das Relikt geschmiedet. Jetzt müsste ich das bauen dürfen, ne? Jawoll. Das bauen wir mal hierher. This is mine now. Ich kriege jetzt hier irgendwie ein Herr, ja. Die möchte ich mir mal angucken jetzt. Brauchen wir mehr Nahrung, aber das ist ja nicht mein Problem. Ähm, bitte abbrechen. So, irgendwelche Sägen ist in Ordnung. Weißt du, wann Fisto wieder Videos bringt? Tatsächlich hab ich noch nicht mit ihm gesprochen drüber, aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass bald mal wieder Projekte von ihm kommen könnten. Weil wir haben uns jetzt schon öfters mal über Sachen unterhalten, bei denen wir zusammen auch was machen können. Und Projekte und sonst irgendwas. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Fisto wieder was machen wird. Aber ich hab ihm das noch nicht direkt angesprochen, wann er mal wieder Videos machen will. Aber vielleicht könnte ich's mal erwähnen. Ähm. Aber soweit ich weiß, denkt doch schon drüber nach, wieder Sachen zu machen. So hab ich das zumindest mitbekommen. Besiedeln. So. Ein Herrier, ja. Vergleichen wir mal mit normalen Kriegern. 10 plus 4. Uh, 14 plus 6. Mit noch mehr Panzerung. Und uh, ja. Die sind auf jeden Fall stärker. Da haben wir jetzt noch eine kleine Räuberbande. Wir greifen mal weiter an. Machen mal den Steinkreis da drüben. So langsam bin ich wieder ein bisschen eingespielt, was das Spiel Norfgaard angeht. Und bald haben wir auch den Sieg überwissen. Äh. Mythische Kreaturen mach ich, glaub ich, eh nicht mehr kaputt. Machen wir mal Besiedlungen günstiger. Nahrung ist jetzt halt echt ein Problem. Ah, hier gibt's Schafe. Na, immerhin. Wenn's hier ein Schaf gibt. Oh shit, jetzt ist auch noch Winter. Das Schaf hat aber, glaub ich, nur geholfen, dass man im Winter weniger friert, ne? Nur der Ziegelklang konnte die, glaub ich, irgendwie verarbeiten. Gescheit. Okay. Bedeutet, ich muss mal für den Winter jetzt ein bisschen Nahrung kaufen. Wir haben ja genug Gold. Clan verlangt bessere Häuser. Oh. Da kloppen die sich hier am, am Portal. Dein Name kommt hier von Spellforce. Hast du Spellforce 3 eigentlich gespielt? Ich hab sogar Let's Played. Also, es sind nur, hier, Vanilla Spellforce 3. Also, Vanilla hier. Normale Spellforce 3. Und das erste Add-on, hier, ähm, Soul Harvest, hab ich Let's Played. Das zweite Add-on, ähm, hier, mit den Trollen, das hab ich noch nicht Let's Played, leider. Und auch noch nicht privat gespielt. Das muss ich noch nachholen. Kam ich bis jetzt immer noch nicht dazu. Wird halt ein sehr, sehr langes Projekt. Und ich hab's noch nicht privat gespielt, weil ich's mit dem Let's Play aufheben will. Und beim Let's Play weiß ich nicht, wenn ich dazukomme. Nur in diesem Gebiet verringert sich der Brennheitsbedarf, ne? Gut. Aber ohne Scheiß, ich bräuchte echt mal wieder Nahrung. Es kann ja nicht sein, dass hier nirgendwo großartig mehr Nahrung ist. Hier ist nochmal ein Schaf. Aber ohne Scheiß, hier ist nirgendwo mehr Nahrung. Äh, ihr könnt ja mal gucken, dass wir zumindest uns... Äh, Holzfäller. Ja, Meister der Lernen können wir verbessern. Dann noch Heiler. Und nochmal Holzfäller. Doppelangriff. Schildwahl. Machen wir mal eine Verbesserung für Krieger da noch. Vielleicht geht es für die Einherrer dann auch noch. War beim ehemaligen Jotun-Gebiet nicht Fisch. Äh, ne, sieht nicht so... Ich mein, da seh ich Fisch. Ah, ne, das ist da unten, ist Fisch. Äh, ja gut, dann könnte ich das mal anvisieren. Aber ich glaube, ich habe eh bald gewonnen. Ich würde den Sieg dann auch mitnehmen. Klar, könnten wir uns noch ein bisschen weiterspielen, aber ich habe das meiste jetzt gesehen. Vom Game. Äh, so die Sachen, die ich mir wieder ein... äh, studieren wollte. Dann können wir uns beim nächsten Mal dann jetzt einen anderen Clan ja angucken und weitermachen. Aber gut, gehen wir mal rüber. Das ist auch ein Relikt von jemandem, ne? Im Osten kann ich noch zu Fischen expandieren? Achso, die ist ja wahrscheinlich noch gemeint, ne? Angriff. Okay. Och, dann will er sie verteidigen. Hydraulich. Wutz. Für den Hirsch. Wie weit seid ihr? Holzfäller. Wenn es so, ne, den Stream beendet ich noch. Das ist jetzt die erste Runde. Wir spielen danach noch mit anderen Völkern. Also so, mindestens zwei weitere Clans will ich mir heute noch angucken. Je nachdem, wie schnell die Runden gehen, vielleicht sogar noch einen weiteren. Aber mindestens drei Clans will ich insgesamt mir angeschaut haben. Der ist jetzt zum Einspielen. Dann kann ich entweder nochmal einen Altbekannten spielen, der vielleicht ein bisschen komplexer ist, oder wir starten komplett in einen rein, den ich noch gar nicht kenne. Gucken wir einfach mal. Hast du den Eichhörnchen-Clan schon gesehen? Also ich hab mir schon durchgelesen, die Clans, als der Stream losgegangen ist. Ähm. Der Eichhörnchen-Clan, wie gesagt, so der Koch-Simulator-Clan. Da geht es ja auch ganz ums Kochen von Mahlzeiten. Das sah auch noch ganz interessant aus. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Was es wird. Wir können ja dann gleich nochmal entscheiden. Ein Draugor-Portal. Da kommen sie. Ola, die Waldfee. Aua. Wonder-Collector. Drei Weißwölfe unter den Kontrollen. Äh. Oi. So, mal rüber. Kann ja mal gar nicht angehen, dass die ihr Stress machen. Bin ich nicht so der Freund von? Und zurückgeholt. Damit das in Zukunft nicht mehr so schnell passiert. Mir wird aufgebaut. Okay, und wir können uns einen Sieg holen. Ich glaub, das reicht. Wir haben auch genug gesehen jetzt hier mit dem Hirsch-Clan. Wir sind nun glücklich und zufrieden. Jawoll. Ja, jetzt decken wir eins von fünf. Äh, hier. Wow. Ah, da sehen wir auch, wie die vorangeschritten sind alle. Links von uns war die ganze Zeit der Eichhörnchen-Clan. Interessant. Aber diese Übersicht, ich glaub, es gab es, glaub ich, auch nicht, ne? Ja. Machen wir mal ein bisschen schneller. Ja, die haben alle gleichermaßen expandiert, tatsächlich. Aber untereinander Stress haben die kaum gemacht. Die haben eher die neutralen Gebiete hauptsächlich bekämpft und eingenommen. Am Ende war das relativ ausgeglichen hier. Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir können ja mal alles ein bisschen machen. Wir haben jetzt den Sieg gemacht mit Wissen. Wir können als nächstes mal einen vielleicht kriegsorientierten Clan spielen, mit dem wir alle Gegner angreifen. Oder einen, der vielleicht auf Ruhm geht. Oder auf diesen Handelssieg. Das wäre auch eine Idee. Gehen wir nochmal ganz kurz durch, was es gibt. Also Hirsch hatten wir ja schon. Dann gibt's den Ziegel-Clan. Der war ja grundsätzlich auf hier diese Tierhaltung aus. Der Wolfs-Clan, der war ja, glaub ich, relativ offensiv. Der war, glaub ich, das war so einer der kampfbasierten Clans. Und dann der Rabe-Clan. Das war, da ging's hauptsächlich um Wissen. Aber das haben wir jetzt schon gemacht. Deswegen würde der Rabe-Clan nicht so ganz so sehr passen. Der Bär-Clan war, glaub ich, auch wieder ein sehr kampfbasierter. War relativ stark, daran erinnere ich mich. Eber-Clan. Gebiete mit Wildtieren besiedeln. Da geht's sehr, sehr um Wildtiere und neutrale Gebiete, wenn ich das richtig gesehen hab. Schlange-Clan war wirklich so was richtig Weirdes mit einem Helden, den man rufen kann, der immer stärker wird im Laufe der Zeit. Der Drache-Clan. Was war mit denn diesen Leibeigenern und Zeug? Der hat auch sehr ein paar interessante Mechaniken gehabt. Da wusste ich jetzt, weiß ich jetzt auch nicht genau. Gut, der ist ziemlich heftig, was alles angeht. Der Pferd-Clan war nochmal stimmt's. Der hat keine Bergarbeiter machen können und keine Schmieden. Handwerker. Kriegsvoll mit denen, die sich dieselben Gesicht befinden, können wir schneller abbauen und schmieden. Verkauf von Steinen und Eisen bringt Zeug. Hä, aber ich kann doch... Kein Zugriff auf Bergwerke. Bergarbeiter oder Schmiede. Hm. Der Kraken-Clan, da ging's... Das war so einer, der wahrscheinlich auf diesen Handelssieg gehen könnte, nehme ich mal an. Wo sie geht's ja ums Fischen und um Geisterkriege. Der Ochse-Clan war tatsächlich sehr, sehr militärisch stark, soweit ich das gesehen hab. Der hat einfach stärkere Einheiten produzieren können, von Grund auf, die aber eben mehr gekostet haben. Also auch für den sehr, ähm... Sehr militärbasierte. Der Luchs-Clan, der hat sich, glaub ich, ja genau, da ging's hauptsächlich um Jagd und Jagdtrophäen. Das Eichhörnchen haben wir eben schon gesehen, da geht's ums Kochen von Mahlzeiten und Zubahnzeiten. Das könnte auch mal interessant sein, sich das anzugucken, auf irgendeine Art und Weise. Der Ratte-Clan... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der Ratte-Clan hört sich total weird an, aber den möchte ich mir zumindest einmal angucken. Das ist... Das ist total wild, einfach nur, dass alle... Dass du jede Menge Dorfbewohner bekommst, aber die sind alle schon schwer verletzt und so. Und Mahdschamanen. Und dann gibt's noch den Adler-Clan. Das ist mit Spänen und mit Falken und solchen Zeugen. Zeug. Ich würde sagen, ihr könnt ja mal ganz kurz überlegen und schreiben, was ihr so haltet. Ich würde mal ganz kurz was zu trinken holen und es geht jeden Augenblick weiter. Kurze Pause. Ich würde sagen, ihr könnt ihr euch vielleicht noch dasselbe. Ich würde sagen, ihr könnt damit das Video sehen. Ich würde sagen, ihr könnt euch mal ganz kurz jetzt das Video sehen. Bis dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, was ich viel gesehen habe, war entweder Luchs oder Eichhörnchen. Das waren, glaube ich, mit die meisten, die ich jetzt gerade gelesen habe. Luchs war ja Jagdtrophäen für das Erlegen von Tieren. Okay, dann können wir Bogenschützen bauen statt Axtwerfer. Äh, Brundere und Kehling können wir in, also zwei Luchse wahrscheinlich, können wir beim Bogenblatt hier beschwören. Bestienbändigerin ist schwächer als andere Kriegshäuptlinge, kostet aber kein Eisen. Weg des Jägers ersetzt Militärlaufbahn. Jagdtrophäen ausgeben, um mächtige Fähigkeiten für diese beiden Luchse quasi und Fährtenlaser freizuschalten. Brundere, jüngerer, verspielter Bruder. Er mag vielleicht wie ein unschuldiges Kätzchen aussehen, unterschützt aber auf keinen Fall seine Krallen. Und Kaelin beschwört seinen kleinen Bruder... Der jüngere, verspielte Bruder und beschützt... Ah ne, er beschützt seinen kleinen Bruder, okay. Von Ofgards grausam Feinden. Sein Gebrüll ist allerorts gefürchtet. Fährtenlaser rekrutieren. Fährtenlaser sind tödlichen Schießstilen versierte Feinkampfeinheiten. Mhm. Und Eichhörnchen war nochmal... Keine Feasts, also keine Festmähler, aber... In seinem Hoheitsgebiet können wir Zutaten für Mahlzeiten zubereiten. Der Herd ersetzt die Brauerei. Oh Mann. Zwei Monate vor... Ja, und der Clan ist zwei Monate vor Wintereinbruch richtig fleißig, aber dann bei Winter quasi mehr oder minder am Winterschlafen. Der Clan kann einen spezifischen Ratatöskre-Sieg erregen. Also wirklich so ein Koch-Sieg. Das ist total durch. Aber ich glaube... Ich glaube Lux und... Ich würde gerne sowohl Lux als auch Eichhörnchen angucken. Und dann die Ratte eigentlich auch noch. Mal gucken, ob das die Zeit damit hinhaut. Lux ist sein Held basierend auf Eichhörnchen mehr Einheiten orientiert. Okay, dann mache ich mal Lux. Komm, das mit den Trophäen würde mich jetzt mal interessieren. Boah, Lernschwierigkeit drei. Ja, wir machen trotzdem Lux. Komm, das wird... Mittlere Cutter hat eigentlich hingehauen, aber bleibe ich. Dann gucken wir mal, ob wir mit Lux vielleicht ein bisschen militärischer agieren. Ein bisschen offensiver. So, wir sind jetzt... Oh, halt mal, Moment, Moment. Wir waren vorhin schon... Nee, nee, nee. Wir waren vorhin schon grün. Ich möchte eine andere Farbe haben. Wir machen wieder den Lux, aber wir machen mal eine andere Farbe. Was passt zu Lux? Also, wenn wir... Ratte muss orange sein. Also, da müssen wir... Da überlegen wir gar nicht lange. Eher sowas Gelbes, oder? Ach wohl, nee. Ich würde vielleicht sogar so ein Blau oder so ein Marienblau nehmen. Auch schon von der... Okay. Ja, aber eigentlich, glaube ich, alles in der blaue Augenfarbe. Eigentlich wäre sowas Weißes. So eine helle Farbe wäre gut für Lux. Hm. Mach mal ansonsten braun. Das passt dann ganz gut zu Jägern und Jagd. Würde ich mal fast sagen. Obwohl, zur Jagd wäre eigentlich wieder grün passend. Wenn es ein Dunkelgrün geben würde, würde ich das vielleicht gerne nehmen. Ich glaube, ich sollte mir über Farben nicht zu lange reden. Ich denke, die braun wäre eher was fürs Eichhörnchen. Ohne Scheiß. Euch gebe ich jetzt einfach Marienblau. Komm, was soll's. Gelb? Ja, mach mal... Komm, mach mal gelb. Gelb ist gut. Braun fürs Eichhörnchen. Ich glaube, das passt. Und dann orange für die Ratte natürlich. Das wären so noch die drei Rands, die ich machen will. Okay. Ab geht der Lux. Äh... Speer, bitte. Holzfäller, bitte. Du bist kein Holzfäller. Holzfäller, bitte. Und ein erstes Haus. Ich glaube, das war auch damals so mein Standard. Zum ersten Aufbauen. So. Machen wir mal einen Speer. Aber ich habe immer noch nur meinen Schwierigkeitsgrad gewählt. Eigentlich hätte ich mal hochgehen können. Das ist mal ab nächstem Mal. Das ist jetzt mein zweites Mal. Das ist ein schwieriger Clan. Das ist vielleicht ganz okay. Aber am nächsten Mal können wir einen Schwierigkeitsgrad nach oben gehen. Wenn wir dann mit dem... Mit dem... Eichhörnchen-Clan spielen. So. Dann haben wir hier eigentlich ganz gut was aufgestellt. Ein Speer reicht erst mal. Wir bekommen Holz rein. Wir bekommen Nahrung rein. Da haben wir gleich mal Ruinen. Ausbruchslage machen wir auch gleich schon mal. So. So. Speer. Soweit ich hier fertig, können wir hier... Ähm... Hm. Geht nicht. Mich erst besiedeln, oder wie? Da gibt es Eisen und Wissen. Hm. Aber auch ein Wolf. Übrigens fand deine Reaktion auf Kugas Brandunfall auf deinem Video in den Kommentaren göttlich. Ähm... Ja, das... Das darf ich nicht... Also ich... Ich hab da... Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, was passiert. Äh... Dass... Dass... Dass er sich wahrscheinlich selbst angezündet hat. Ah, endlich mal Getreide. Ich dachte, hol ich mir das Land hier zuerst. Ohne Scheiß. Ja, GG-Treide einfach nur. Jawohl, dann hätte ich gerne Felder. Dann baue ich auch gar nicht so viele Leute als bauen lassen. Dann kommt die Nahrung rein. Ähm... Ja, ein Silo wäre dann auch noch ganz praktisch. Aber dafür bräuchte ich noch ein bisschen mehr an... Holzer, bitte. Ne, ich hab schon die maximale Anzahl an Holzfüller. Ne, hab ich noch nicht. Der macht jetzt noch. Ab geht die Party. So, bis jetzt alles noch relativ Standard. Aber... Ich glaub, das wird noch interessant. Hier sind ja die Trophäen. Jagd-Trophäen. Verlegen von Tieren und ihren mythischen Varianten. Also ich glaub, Wölfe zählen da ja auch schon, ne? Dann gibt's für mich doch eigentlich gar keinen Grund, Wolfshöhen auszurotten. Sondern ich sollte die eher langfristig farmen. Schauen, dass ich die immer wieder umklatschen kann. Große Jagd. Ja, das war's. 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 Hörbaum hört sich für mich am interessantesten an. Der erfahrene Jäger ist auch cool, dass die sich ihre Kraft erhöhen und dann noch die Feuerpfeile machen. Hm, beides interessant. So, ähm, ja, bitte. Dann bitte noch einen Kornspeicher. Das ist erstmal gut. Dann ist aber gut hier. So, ähm. Mein Krieger. Wo kann ich den denn ausbilden? Gar nicht beim Lager. Ah, wahrscheinlich hier, wo ich die Fährtenleser mache. Ich weiß nicht, dann bereise ich das mal wieder ab und mache dann die Fährtenleser hier rein. Ich brauche schon andere Gebäude als das. Äh, hallo, Wolf. Ah. Dann bitte einen Bogenplatz für Fährtenleser. Meinung zu Total War, Pharao. Nicht wirklich meins. Ich meine, ich würde es mir vielleicht angucken, aber ob ich es viel spielen werde. Ich meine, Troja habe ich ja auch ausgelassen. Und wie ich schon von vielen gehört habe, es soll halt wirklich ähnlich. Es fühlt sich halt eher an wie ein größeres Add-on jetzt zu Troja, wenn man es so will. Klar soll es auch auf der Kampagnenkarte ein bisschen mehr geben, aber... Na, ich warte nach wie vor auf den Medieval 3, muss ich sagen. So, ihr solltet euch auf den Winter vorbereiten. Darf ich hier die... Ja, hier darf ich die ausbilden. Okay. Ja, die beiden Wölfchen. Äh, die beiden Lüchschen. Und... Jäki. Schon total gebutschert im Namen. Was darf ich eigentlich erforschen bei euch? Gibt es irgendwelche spezifischen Sachen? Händlerrouten produzieren, Extracorns. Ihr könnt Jagd-Trophäen auf dem Marktplatz kaufen. Oho. Bogenbeherrschung. Eure ersten Pferdenleser ist immer kostenlos. Rätselt die Auffettungskosten des Bogenplatzes. Fette Beute. Kriegsverbringend kann bis zu zwei Standardköter in eurem Hoheitsgebiet auslegen, um wilde Rehe anzulocken. Hm. Interessant. Flinke Pfoden. Pfoden. Pfoden, genau. Hm. Das ist aber auch nicht so toll. Das bezieht, äh, das... Da spare ich bloß ein bisschen Ressourcen. Für einmalig quasi. Fette Beute mit diesem Kulte auslegen können wir aber mal probieren. So, Kulte, was ist denn da drin? Gut, wir müssen ja erstmal hier anfangen. Mehr Holz, bitte. Jetzt haben wir bald Winter. Achso, ja, bezüglich Stronghold in Anriel. Ja, ich bin auch gespannt. Schauen wir mal. Ab jetzt wird es ja wahrscheinlich mal anders. Ob es besser wird, ist die Frage. Könnte sein, muss nicht sein. Schauen wir mal. Für mich hört es sich wieder so an, als würden sie bestimmte Ideen testen. Hm. Na gut, es ist ja sowieso... Ich meine, die Sache ist die, es ist ja von diesem Studio, was immer diese Total War Saga-Spiele gemacht hat. Also es ist so diese Nebenableger quasi. Aber diesmal soll es kein Saga-Spiel sein, sondern ein Hauptteil der Reihe, haben sie gesagt. Aber das Hauptstudio wird trotzdem wahrscheinlich an was anderem arbeiten. Also ich nehme mal schon an, dass es noch ein großes Total War, ein großes neues Total War gibt. Vielleicht auch mal wirklich nochmal mit einem Angel-Wechsel jetzt. Weil die ist ja immer noch die gleiche von Rom 2. Könnten die auch mal einen neuen Anstrich gebrauchen. So. Hallo Winter. Na, wie läuft's? Ja, jetzt meckert nicht rum. Ja, komm, mach mal mal ein Haus. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an, erst die Viecher zu jagen, ne? Oder möchte ich das mit denen, oder möchte ich das mit... Ich mach mal die beiden Luchse. Hui. Hui. Aua. Aua. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt, jetzt, jetzt geht's aufs Maul. Mom, mom. Yay, 15. Hm. Was meint ihr? Große J... Hier, die Tarnung oder die Natur? Nahrung und Gebiet produzieren, ist auch interessant. Feuerpfeile oder Doppelschuss? Kann mehrfach erworben werden. Geil, die Tarnung oder die Natur. Geil, die Tarnung oder die Natur. Geil, die Tarnung oder die Tarnung. heilerhütte bitte heilerhütte ist egal du kannst alle freischalten naja gut okay ich hätte jetzt gerne ein bisschen auch gleich noch ein bisschen wissen bitte danke dann könnte man eigentlich schon mal sagen dass man handelsposten aufmachen wir brauchen kröns krövens oh mein gott was ist das nass dröhnt dicke dornen verhindern alle außer den beweglichsten männern an passieren reinhard speer kann sie roten wodurch etwas holz erhaltet oh ein wald für holzer holen wir uns mal weitere wölfe mom mom dann ruhe mir mal oh hier sind die zwerge so handelsroute dann würde ich mal sagen mit den zwergen bitte und die kriegen ein bisschen nahrung dementsprechend muss ich aber gucken dass ich selbst nahrung bekommen jetzt das wäre meine weitere expansion wahrscheinlich dort wo ich die rehe sehe ah halt ne hier gibt es hier gibt es nochmal getreide ich sehe es gerade aber dann würde ich mich direkt neben die zwerge ansiedeln aber die kann ich ja trotzdem bitte befrieden so ist es ja nicht hier fällt der beude noch ein fest mal dass es ein bisschen abgeht so dann bräuchte ich ein bisschen stein hmmm äh ein astroent lohnt sehr das sind einfach 200 holz für lau 200 ok alles klar alles klar Okay. Ich habe Chat ein bisschen nachgeholt. Gerade ein bisschen tiefere Diskussionen über Total War. Ah, jetzt habe ich endlich... Okay, ich würde mal hier das Gebiet aufweiten, aufwerten, dass ich jetzt hier neben den Sachen, die schon da sind, jetzt noch ein Bergarbeiterlager bauen kann und dann das erste Stein holen kann. Mit dem ersten Stein kann ich dann, sobald ich das Gebiet hier geholt habe, gleich noch einen Stein machen, um die Zwerge zu befrieden. Oh, bist du unglücklich? Junge, chill. Hier, ich kriege nochmal... Fressi, fress. Fressi, McFraise. Da drüben hätte ich aber auch nochmal Stein. Von daher hätte ich das auch so machen können. Hol mir mal Stein ran. So... Hm... Völkenswachstum, jetzt bin ich eigentlich zufrieden. Mach ich mal Medizin. Schnelleres Heilen ist gut. Wir siedeln, Mama. Das ist mir einfach ein Zwerg und Auswirkungen auf die Beziehung. Ja, das ist mir jetzt... Das ist jetzt erstmal ein Problem, ja. Aber das wird schon werden. Ah, das ist einfach komplett leer. Komplett leere Ebene. So, dann wird noch das aufgebaut, dass die Zwerge mich auch hoffentlich in Ruhe lassen. Und dann wird das schon. Jetzt ist auch bald Winter. Oh Gott, ich muss da wirklich noch Vorräte ansammeln, sonst wird das echt ein bisschen knapp. Ja, ich mach ja schon... Machen wir mal neue Farme. Hi, Odwin, cool, dass du mal Northgard spielst. Ich habe es schon seit einigen Jahren für mich entdeckt. Ich habe es ja auch vor vier bis fünf Jahren gespielt. Fünf Jahre, auch fünf Jahre aufwärts habe ich es viel gespielt. Und seitdem hat sich sehr viel getan im Game. Gut, viel gespielt. Also die gehen den Feldzug durch und einige Skirmisches damals in der Beta. Zufriedenheit des Clans. Was ist ein Eisenvorkommen hier noch? An der Zufriedenheit des Clans müssen wir noch arbeiten. Da unten sind noch Wölfe, die hätte ich gerne. Dann machen wir hier immer auch eine Brauerei hin, dass wir ein bisschen Zufriedenheit bekommen. ran damit. Sonst wird das doch ewig nix. So, Nahrung kommt rein, aber jetzt haben wir bald Winter. Das könnte ein bisschen knapp werden mit der Nahrung. So, wurde ich ja eigentlich schon ziemlich viel jetzt... ...gemacht hab. Äh, angegriffen. Oh, hi. Oh, hi. Nein. Heiler produzieren Nahrung, wenn sie nicht teilen. Wohin sich also, sie in Gebieten mit Nahrungsproduktion zu bauen, damit sie in Wunds vom Silo zu bekommen. Stimmt eigentlich. Das ist gar kein schlechter Plan. Obwohl, machen die es jetzt standardmäßig? Ich weiß, dass man das damals erforschen musste, dass Heiler, wenn sie nicht teilen, Nahrung sammeln. Das erinnert, äh, hab ich gerade... Da macht's gerade Klick. Äh. 20% erforderliche... Ah, glücklich ist Zufriedenheit. Ja, das Vorwärts hat echt ein bisschen Zufriedenheit schon mal. Nicht schlecht. Dann reicht vielleicht erst mal ein Brauer. Der kann eigentlich hier... Der kann einfach noch einmal noch zusätzlich Nahrung sammeln, in dem Gebiet, wo jetzt noch ein Kornspeicher ist. Dann brauchen wir es jetzt nicht so dringend. Ich weiß, es ist Winter, aber hey. Angriff! Der Bisswettbewerb hat begonnen. Aha. Tatsache. Einer der Wölfe produziert ist auf meinem Gebiet einfach Nahrung. Das hab ich jetzt doch mal mitgenommen. Das hat sich gerade praktisch angehört. Oh, das wird knapp. Jetzt haben wir hier noch so ein Event. Hm. Du Bauer. Äh. Nein. Du wirst mir nicht dieses Gebiet einnehmen. Okay, du wirst erst mal dieses Gebiet einnehmen. Ähm. Shit. Ihr sammelt mal mit Nahrung. Wir haben genug Holz. Ihr sammelt auch mit Nahrung. Damit sollten wir dann über die Runden kommen erst mal. Nein, hier wird kein Schafstall gebaut. Ihr könnt mich mal. Jetzt kann ich den nicht bauen. Köder. Wilde Rehe ins Gebiet locken. Was? Oh, jetzt kommen ja auch noch gleich die Drauge. Wilde Rehe ins Gebiet. Hier hab ich auch ein bisschen Bauplatz und sowieso sonst nichts Interessant, äh, Wichtiges. Äh. Hab ich eigentlich noch einen Speer oder ist der Fuji? Ich könnte eigentlich wilde Rehe hier reinjocken. Jocken. Jocken. Oder ich könnte natürlich auch hier, nachdem das hier abgebaut ist, noch Rehe herholen. Dann möchte ich mich nämlich hier drum. Ja, guck eine an, Drauge. Wer hätte das gedacht? Du erkundest mich mal hier. Für Schätze. Oh, shit. 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 Sehr gut. Weg damit. Hier geht's zurück zur Arbeit. Was heulst du so, weil ein Arm ab ist? Mit dem anderen kannst du die Hake trotzdem noch schwingen. Bauern. So. Randa. Macht mal weg. Hier. Der Held ist immer noch fast tot. Nice. Macht ihn weg. Wutz. Ich lasse nicht zu, dass ihr hier irgendwie die arme Natur ausbeutet. Vor mir. Dankeschön. Jetzt verhalte ich in der Zwischenzeit mal ein bisschen hoch. Aufgrund so lange möchte ich mal ein paar Schützen haben. So. Das Werkwerk wird mal wieder besetzt. Da wird gekämpft. Oh, das ist ein Schildknappe. Klappe. Knappe. Jetzt sind noch Axtwerfer. Ja, komm mal ein bisschen her. Komm mal ein bisschen her. Komm, 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 komm. Komm. Da hast du mich vorhin schon so wild beworfen. Feinde des Keepers. So. Okay. Mit den Zwergen soll es, glaube ich, so weit passen. Angriffskraft der Einheiten erhöhen. Das klingt gut. Oh, Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Oh, ein Meister der Leer. Na gut, der, 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 der opfert gerade eine Menge hier. Aber tut mir leid, ich habe da ein Auge drauf gerichtet. Bergarbeiter bitte ran. Bergarbeiter bitte ran. Bitte aufwerten. Äh, Fähigkeit mythischer Köder frei. Auslegen wir in bestimmten Abständen. Mythische Tiere. Mythische Tiere. Okay. Das ist dann wirklich für Tiere, die ich jagen kann. Nicht für Rehe. Dann sind das zwei verschiedene Fähigkeiten. Ja, ich sehe es gerade. Ich wollte da oben Rehe reinlocken, im Idealfall. Noch. Damit ich hier, sobald hier abgebaut ist, noch einen Jagdposten machen kann. Und dann kann ich nochmal aufwerten. Ich könnte natürlich auch hier noch Rehe reinjocken. Eigentlich kann ich das machen. Hier ist ja sowieso schon ein Konzspeicher. Hm. Obwohl. Platz nicht verfügbar. Bauern bitte. Neues Franchise. Asterix und Obelix. Total War. Oh Gott, ey. Hm. Und alles brennt. Ich besiedle mal, dann kriege ich zumindest das Haus in den Schafstall umsonst. Weil ich kriege einen Schafstall, den sollte ich ansonsten nicht bauen können. Das ist, glaube ich, der Ziegelclan hier, der sich mit mir angelegt hat, ne? Ein bisschen Haus in den Schafstall und ein Steinkreis für Forschung. So, was sagen meine Beziehungen zu den Zwergen? Oh, sie bringen mir Geschenke. Nice. Du gehst mal in die Brauerei. Dafür habe ich sie extra gebaut. Wah, wah, wah. Und dann hätte ich gerne mal wieder einen Speer. Kann sein, dass ich meinen schon wieder verloren habe? Nee, aber... Da sind sie hergekommen. Ich könnte natürlich einen Turm machen. Speer, du gehst mal her und... Aufgewertetes Speerlager. Ah, weil es feindliches Gebiet ist. Ich verstehe. Deswegen hat es letztes Mal nicht geklappt, dass ich da Sachen aufdecken konnte. Ach, guck mal, wer da hier schon wieder fast tot ist. Luxclan kann ich das Gebäude nicht verwenden. Okay, dann mache ich es weg. Kack, Ding. Wollte ich eh nie haben. Überhaupt nicht kindisch, nein. Okay. Bergarbeiter kann mit hoch. Hier kann abgerissen werden. Mit dem Platz, der hier frei geworden ist, könnte ich noch irgendwas bauen. Zum Beispiel so einen Marktplatz, um Notfallsachen einzukaufen. Oder ein Langschiff-Dock. Nee, das können wir nicht hier bauen. Das müssen wir hier machen. Ah ja. Oh. Hier sind irgendwelche Viecher. Verletzt, wenn er wieder gesund ist, bestimmte Gebiete... Ich komme wissen. Okay. Okay. Okay, ich komme wieder. Keine Frage. Freu dich nicht zu früh, Junge. Jetzt kriegst du aufs Maul. Das war absichtliche Provokation hier. Nein, nein, nein. Weg, weg, weg. Ja, freut euch, euer Anführer ist tot. Okay. Ähm, Zufriedenheit, ja. Alles klar. Wir werden uns drum kümmern. Bitte warten Sie. Ihr seid fertig, ja? Sehr schön. Dann könnt ihr nämlich weg. Und dann würde ich mit... Mal anführen, schauen, dass ich den Köder hier auslege. Das ist alles aus... Ich muss sagen, Köder ist eine Auslegungssache. Na, haut ihn. Haut ihn. Nein, Heiler, du musst leben. Ah, danke. Oh, die Trauger bringen mir auch Fälle. Ja, die zählen auch als Jagd. Gedöns. Ähm... Halt, 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 halt. Darf nicht den Fokus verlieren. Was wollte ich? Ich wollte hier schauen. Köder für wilde Rehe. Ahoi. Ahoi. So. Was glaubt ihr, ist das Salami-Clan eigentlich? Ist das nicht der Ziege-Clan oder ist das ein Pferde-Clan? Das müsste eigentlich Ziege sein. So, ich kümmere mich mal um die Trauger hier noch. Was ist das wirklich noch Jäger, der hier... ...Leute zuweisen? Oh, jetzt hat er sich das hier einfach gesnackt. Ich glaube, es hackt. Ich muss mal ein bisschen vorsichtiger spielen und man braucht ein paar Türme bauen. Oh, ich muss mal ein Begbau-efficiänt. Äh, das wird wichtig. Und ja, das Problem ist, ich habe einen Holzfäller. 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 Scheiß Winter. Oh, Mist. Immer noch Minus. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Der Winter hat gerade erst angefangen. Es gibt auch keine Möglichkeiten. Ich habe Schafe zum Aufteilen, dass der Brennholzbedarf runtergeht. Da bitte runter. Da bitte runter. Trotzdem noch zu hoch. Kann ich noch abbrechen, dass ich Holz bekomme? Sehr gut. Gerade noch so geschafft. Oh Gott, Nahrung ist auch ein bisschen knapp für meinen Geschmack. Oh mein Gott, sind das diese... Das sind diese Geisterkrieger, von denen ich gehört habe. Oh mein Gott. Weg, 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 weg. Oh Gott, jetzt habe ich ein großes Minus an Nahrung, weil die jetzt nichts mehr machen. Geht mal da hoch. Produziert mir da Nahrung. Ist der Winter bitte endlich mal vorbei? Das ist mir gerade echt zu eng, ey. Ach, guck mal einer an. Ach, guck mal einer an. Halt. Ach so, die jagen jetzt einfach hier Rehe. Ja gut, dann mache ich hier dann noch ein Silo hin. Holzer. Holzer. Ich weiß, wo ich mir Holzer hole. Und zwar hier. Dankeschön fürs Gebiet. Ich nehme sie mir mal. Ich hole mir auch mal zwei Fährtenlaser. Wenn ich eigentlich mal Einheiten habe. Noch neben meinen Helden. Die Dinger übernehme ich gleich. Gerade den Holzfäller kann ich gebrauchen. Oh, ich habe Zwerge bekommen. Cool. Ihr könnt mir mal oben abbauen und ihr könnt mir mal woanders hingehen und helfen. Handelsrouten produzieren können. Stimmt, ich hätte die Handelsroute auch abbrechen können. Zwischenzeitlich. Wo hatte ich die überhaupt? Wo habe ich die Marktplätze für? Ah, da. Fährtenlaser. Kommt mit ran. Feuer frei. Jetzt haben wir... Ne, die werden nicht gejagt. Die werden einfach reingeholt durch diesen Köder. Warte. Doch, die jagen. Aktiv. Passt. Bitte übern... Ach, Mist. Ich kann es noch nicht besiedeln. Bisschen muss ich noch warten. Aber ich kriege es, glaube ich, rechtzeitig zum Reparieren. Hallöchen, Whitey-DG. Irgendein Segen ist in Ordnung. Also, Northgard kann schon echt... Also, es gibt ein bisschen Siedler-Vibes, aber es ist ein sehr stressiges Spiel. Also, es ist jetzt nicht wie Siedler so ein bisschen gemütlich, sondern du hast ständig das Gefühl, irgendwo Druck zu haben, dass irgendwo irgendwas nicht funktioniert. Ja. Genau. Okay, reparieren bitte. Dann übernehme ich das gleich, weil das wollte ich eh bauen. So, meine Holzfäller. Gehen mal da rüber und besetzen hier. Die kriegen wir nämlich 10% mehr. Die Holzfälle hier halte ich aber trotzdem mal für Notfälle erstmal noch aufrecht. Und ein mehr hätte ich dann auch gerne noch. Verbesserten Holzfäller gleich. Das würde sich auch lohnen. Dass wir zu schnell keine Probleme mehr bekommen, in der Hinsicht. Und ich wäre echt dafür, dass wir noch einen Markt machen. Ah, der Bergklahn. Ebene. Da ist ein Handelsposten. Okay. Siedlern tödlich. Ja, das ist ganz gut beschrieben. Ah, die Zwerge sind durch. Dann kann das Berg weg. Geh weg. Ohoy. Oh, wenn immer die Zwergenagenten heißen. Spezialressourcen habe ich mehr als genug. Der Kriter kann ja leider nicht verbessert werden. Aber ich könnte mal hier noch aufwerten. Machen wir mal auch hier den Handelsposten besser. Wir brauchen mehr Gründe. Ich habe noch 14 Produktionen an Holz. Da könnte ich echt noch ein bisschen boosten hier. Holen wir noch ein paar Drauge. Was haben wir hier? Oh, der Friedhof. Unerwartete Verbündete. Ja. Die sind ja mal ab. Wollt ihr mich verarschen? Die können einfach abbauen, ohne dass da... Ach, die können einfach ohne Bergwerk abbauen? Wie geil ist das denn? Okay. Das ist ja genial. Ähm. Dann würde ich gerne jetzt endlich mal den Marktplatz haben. Okay. Okay. Das habe ich gerade bemerkt. Das hat mich gut überrascht. Zimmerei Beherrschung, bitte. So, fünf. Mal gucken, ob das mir auch Grüns bringt. Oh nein. Kein Erdbeben. Ja, Tatsache. Bringt mir auch Grüns. Sehr gut. Oh, we're mighty DG. Danke für die zehn verschenkten Mitgliedschaften. Und Glückwunsch an alle, die es bekommen. Schauen wir mal. König Flauschi. Glückwunsch. Bluz 1989. Paul Fons. Kreuzritter. Alexander Seide. Hurin. Ach nee, Hurin hat Ehrenmann geschrieben. äh, Laurent Haar, V7 Scream, Sirkammer, Fischi und Rogo. Und Klux. Willkommen als Mitglieder. Ihr seid jetzt auch mit dabei. Vielen Dank an wir Mighty DG für die Gönnung. Für den Gönnyamin, den er hier geschmissen hat. Machen wir die Brauerei noch besser. Genau, hier kam es auch gerade. Richtiger Gönnyamin. Die Bietwirt mal entwickelt. Dann hätte ich hier nämlich noch gerne einen... Ich darf trotzdem keinen bauen. Das ist gemein. Na, in dem Fall. Den Kreuz habe ich jetzt mal gespart. Das ist gut. Ach, ach, ach. Hier bitte ein bisschen wild. Ich bin einfach noch übelst wild. Also, diese Köter sind schon echt praktisch. Da kann man sich beliebige Nahrungsquellen machen irgendwo. Äh, Siegbedingungen. Oh, shit. Was Ruhm angeht, ist dieser Salami-Clan ja echt weit vorne. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber dafür haben wir so viele Gebiete. Ich bin der Einzige, der nicht am Salami-Clan angrenzt. Ich muss da mal durchstoßen. Äh. Hatte ich nicht irgendwo... Drei Gebäude beschädigt. Ah ja, Mighty DG hat nochmal zehn Mitgliedschaften verschenkt. Dann nochmal Glückwunsch an die Leute, die jetzt nochmal was kriegen. Äh. Barrieren, bitte. Glückwunsch an Paul Fonz, Wolf, Die Poro, Alucard1980, ReflateTV, ähm, Laiut231, Soledeflocker, Eddie91, X-RoseX, Notfallplan und ZK Bio-Optimale. Bio-Optimale. Menschenskind, Mighty DG heute. Richtig im Geniamin-Modus. Wahnsinn. Guck mal, im Fest mal im Winter, jetzt haben wir auf Plus. Fühle ich mich nicht so. Kann ich zum Haus gehen? Äh, was, was brennt, ne? Brennende Häuser und sind nicht so gut zum Versiedeln. Oh, da hat's, das, das Viech wiederbelebt. Oh, okay. Hm, hm. Wir müssen irgendwas gegen den, den Salami-Clan machen da unten. Wo komme ich da am schnellsten durch, ist das Problem. Vielleicht kann ich mit der Abgesandtenhütte was machen. Wenn ich den zum Rivalen erkläre, kann ich doch bestimmt ein paar Sachen machen. Anfang des Monats ist man immer flüssig. Das stimmt natürlich. Oh, da kommt er. Oh, da kommt er mit seinen ganzen Leuten, um das zu verteidigen. Das ist schon dreist. Er will einfach nicht sterben. Das ist schon dreist irgendwo. Freut euch nicht zu früh. So, liebe Zwerge. Gibt's irgendwo noch was zum Abbauen? Eigentlich nicht. Aber sie beliefern mich weiter mit Erz. Das ist gut. Hier gäbe es noch mal Eisen. Aber Eisen hab ich eh genug. Ich brauch nicht mal Steine. Äh... Köder. Oskorail. Fähigkeit Oskorail. Falls ihr könnt die stärkste Wille... Oh mein Gott! Boah, ich hab einen der Typen verloren. Boah, die Zwerge sind aber auch im Kampf relativ stark, seh ich gerade. Ich hab einen meiner fetten Leser verloren. Äh... Die stärkste Wille von Kleiner legt. Mädchen, Tiere zurückrufen, die von Geisterform... Okay. Dafür müsste ich erstmal noch welche anlocken. Und stärker machen. Stress. Ich kloppe mal eben noch den Schildknappen da weg. Leichter gesagt als getan. Okay. Rivalitäten. Städtepartnerschaft. Pro Bevölkerung, die ihr mehr habt als euer Rival, erhöht sich die Ankunftsgeschwindigkeit von Dorfbewohnern. Für jedes Fachwissen, das euer Rival entdeckt hat, mehr Wissen. Schikanieren. Pro 50 Ruhm, die ihr euren Rivalen voraus habt. Bis die Verteidigung eurer militärischen Einheit und den Kampf gegen diesen erhöht. Oh, das ist ja sogar der Ziegeklang, gegen den wir kämpfen. Wir haben aber nicht so viel mehr Ruhm. Aber das... Machen wir mal. Dann schicke ich nämlich meine Leute auf Ruhm und dann habe ich gegenüber ein bisschen mehr militärische Power, dass ich zu dem anderen durchbrechen kann. Ich bräuchte mal neue Leute. Andererseits, ich glaube, ich könnte es auch schaffen, einfach ein Haus aufzuwerten, ne? Ne, ich habe nicht genug Stein. Ich könnte aber Stein kaufen. Ne, kann ich nicht. Alles klar. Ich baue doch das Haus. Ah, so. Oh Gott, ich muss ganz kurz mal pausieren. Chat nachholen und so. Danke übrigens für Super Fantasy Kingdom. Bin jetzt mega süchtig. Ganz ehrlich, ich habe das eigentlich schon fertig gespielt soweit, aber ich suche das auch immer noch. Also Super Fantasy Kingdom, da freue ich mich so drauf, wenn da mal die Vollwässer draußen ist. Da bin ich auch richtig Fan von dem Game. So, jetzt mal den Chat ein bisschen nachholen. So. Das Geheimwerte von Utwin bezahlt. Nur vergisst Utwin immer die Überweisung. Gute Beziehung mit Grünaufwandern, mit denen zusammen die Salami-Clan angreifen. Kann ich die aufwiegeln mit den Gegnern? Weil wir jetzt alles, wie jetzt jeder im Chat grün ist mittlerweile. Also hier den, 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 ähm, Sub ist quasi Mitglied. Äh, bei Utwin's Let's Place fühle ich mich immer sehr wohl, macht auch sehr viel Spaß. Das freut mich, Mighty. Das ist, das ist auch das Wichtigste für mich, dass den Leuten das gefällt. Verliert Utwin nicht weit gegen das Pferd. Das habe ich auch ein bisschen Sorge. Okay. Äh, so, machen wir mal weiter. Wie schaut's aus? Ah, das Pferd ist schon gut dabei. Das ist das Problem. Äh, bauen wir mal auf, bitte. Ich brauche Steinen. Ich habe so viel Eisen. Ich weiß nicht, was ich mit dem Eisen machen soll. Ich könnte Einheiten abwärts kaufen, aber, mhm. Ich hau mal hin auf den Schildknappen. Was hast du davon? Ich geh mal wieder. Ahoi. Ahoi. Oh, jetzt habe ich auch wieder negativ Nahrung. Wie kommt das? Nee, ich gehst mal zurück, dass die Leute schneller kommen. Ähm, Beziehungen zu... Äh, auch mal. Ich kann sogar so ihren Forschungsstand angucken. Ich muss halt irgendwie zu der... Zu dem blöden Pferd da runterkommen. Alter, wie viel... Wie viel Eisen vorkommen hier sind. Auch keine Ratten. Please let me in Ruhe. Nochmal einen Dorfbewohner mehr. Den kann ich gleich weiter zur Nahrung schicken. Da einnehmen, bitte. Ich bräuchte halt wirklich mal. So, der ist immer noch verletzt. Das sollte ich eigentlich ausnutzen. Der scheint keinen Heiler zu haben. Haut ihn. Haut ihn! Prügelei. Schlägerei und Spaß dabei. Jawohl. Weg ist er. Wir gehen wieder. Alles als Sieg verbucht. Ich hätte jetzt gerne gleich... Oh, jetzt haben wir bald... Jetzt kommt auch noch die Rattenplage. Und wir haben... Aufwerten, bitte. Die Felder. Da haben wir nämlich auch ein aufgewertetes Silo. Das sollte ziemlich viel bringen. Hier stichle ich mal ein bisschen weiter. Hallo, meine Zwerge. Zwerge scheinen doch gar nicht mal so schlecht zu sein. Haben die da zwei Türme stehen? Oder ist das von dem anderen? Ah, die können nicht mit angreifen. Die können sich doch verteidigen. Könnt ihr mal aufhören, euch einzumischen, wenn ich eure Brüder und Schwestern verbrenne? Das finde ich schon ein bisschen dreist. Okay, ich bekomme Plus. Das ist doch schon mal gut. Ich könnte auch Nahrung kaufen im Notfall. Nahrung habe ich zwar Minus, aber es könnte schlimmer sein. Jetzt haben wir das tolle Ratten-Event. Eine Nachricht der Ratte. Ich wette lieber mal auf und schaue, dass ich noch einen Bauern dazu bekomme. Sind natürlich alle verletzt. Geil. Ihr wisst, was mir Spaß macht. Oh Gott. Wenn mal die DJ wieder zehn Mitgliedschaften verschenkt. Heiliger Bim Bam, ey. Dann nochmal mal die DJ Danke. Und Glückwunsch an Amanda on Fire, Lichtking Arthas, Milandruin Raven, Matthäus, Gaia Derr, Käpt'n Barbossa, LeDrogl Asgard91, Robert M. King Arte. Das müssen alle gewesen sein. Oh mein Gott. Die Leute. Die Leute sterben alle. Das kann ich gerade echt nicht gebrauchen. Sind die Halle alle best... Ah, shit. Okay, das Event scheint vorbei zu sein. Trotzdem übel. Ne, die verlieren immer noch Lebenspunkte. Das ist nicht gut. Okay, jetzt hat es sich anscheinend beruhigt. Oh mein Gott, ey. Nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Die Runde läuft nicht so doll. Ach, also den Winter überlebe ich? Ja, die Ziegenkleine richtet in der Tat der Könige. Ich merke schon, die sind ganz toll. Verpiss dich! Putz! Stock ins Gesicht. Und weg. Bisschen gemein, aber hey. Mann, 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 Mann. Und Rieschen, danke für die 10 Euro. Auf die Mitgliedschaften, ein Döner oder ein Glühwein für nächstes Weihnachten. Ich habe jetzt zwar schon lange nicht mehr... Doch, letztes Jahr war ich auf dem... Wie viel hat er ein Glühwein gekostet? Es waren trotzdem nur so um die 4 Euro. Also es ist nicht so... Glühwein ist nicht so explodiert wie die Dönerpreise. Zum Glück. Stronghold 3 Livestream. Wie ein Stronghold 3 Livestream. Kommt... Wo kommt der jetzt plötzlich her? Help! Nein, bitte nicht! Aber Stronghold 3... Ganz ehrlich, Stronghold 3 könnte was für zwei Kerle eine Karte sein. Da bräuchte man bloß ein langes Szenario, irgendwas, was lange geht. Doppelt quält sich's besser. Och man, jetzt haut doch mal ab. Jetzt ist der Held halt schon wieder da. Mit dem PC geht das nicht... Ah, das höre ich aber öfters mal, dass es am PC irgendwie Probleme macht. Keine Ahnung, was YouTube da für Probleme macht immer wieder. Rene wurde bereits erkundet, ist in Ordnung. Mann, ich bin hier einfach mit diesem Grenzkonflikt so abgelenkt. Ja, er spielt so lange, bis er einen Bug entdeckt. Ja geil, da wird ja jede Minute einmal rumgereicht, der Spielstand. Wolf, hinfort! Ahoy! Mann, der Pferdeklan ist... Ah, Gott, nein! Oh Mann, ey, ich verliere jetzt einfach... Ich kann ja auch nichts gegen den machen, weil überall angrenzend die anderen Typen sind. Gegen den Bergklan wird das auch nicht besser anfallen. Ich kann da nichts machen gegen. Boah, nervt das, ey. Oh Mann, der Pferdeklan ist... Gut, dann haben wir den Clan aber trotzdem gesehen, ne? Dann war es halt eine Idee, glaube ich. Ich glaube, da bleibe ich auf normal. Das Spiel ist doch schwerer als gedacht. Gut, okay, es liegt vielleicht auch an den anderen Clan, aber trotzdem übel. Boah, shit. Okay. Oh, fast. Komm, den kriegen wir noch weg. Na, danke. Aber das Problem ist, die ganze Zeit reibe ich mich gegen die Ziege ja auf. Ich komme halt... Der Verstand kann einfach ungehindert hier einfach alles übernehmen. Der hat sich unten einfach festgezeckt. Das ist so ekelhaft. Koop oder Versus-Runde. Ja, das wäre auch eine Idee für Midkurga. Wenn wir schauen. Ich meine, ich könnte natürlich noch Schildknappen mitnehmen, um da das Gebiet zu stürmen. Wäre eigentlich perfekt, um dann noch ein paar Tanks zu haben quasi. Die geben Pfeile helfen. Ich fühle mich gerade so machtlos, ey. Ich kann nichts machen gegen die aktuelle Situation, aber ich merke schon, wie spät es ist. Ich würde sagen, es gibt da nur noch eine Runde. Mal gucken, also mal gucken, ob es Eichhörnchen oder eine Ratte gibt. Aber wir sind jetzt schon so lange am Spielen. Heiliger Wille. Aber länger als 18 Uhr kann ich... Äh, bis 20 Uhr kann ich heute auch nicht. Morgen wird bei mir gegrillt. Dann muss ich noch ein paar Sachen vorbereiten. Latakis, danke für die 10 Euro. Auch von mir mal ein kleines Dankeschön für deine jahrelange Unterhaltung und deinem ersten Stronghold 3. Let's play. Ach, gerne doch, gerne doch. Ai, ai, ai. Stronghold 3. Ich könnte auch mal eine Schmiede bauen. Ich habe so viel Eisen. Ich muss mal Upco jetzt machen. Da kann ich die zwei Zwerge auch reinschicken zum Schnellschmieden. Blöde Ziege, stehst du mir im Weg. Ich möchte doch nur vorbei. Oh, der tränkt doch wirklich die Schüssel weg. Das ist nice. Ah, Zwergen-Edelsteiner-Steinwald. Proberungsfahrt schon mal ausprobiert. Da bekommt man einzigartige Boni. Das macht schon sehr Spaß. Ne, noch nicht. Aber wenn viel Nachfrage ist zu Northgard, könnte ich mir vorstellen. Äh, da vielleicht doch mal wieder was zu machen zu den neuen Feldzügen. Das müsste ich mir halt noch kaufen, aber das ist ja das geringste Problem. Das ist ja das. Angriff. Oh, das war knapp mit der Heldin. Shit. Ist mittlerweile... Irgendwie ist wirklich fast jeder mittlerweile im Chat mit dir. Also 90% oder so gefühlt. Erhobungspfad ist keine Kampagne. Ja, ich weiß, ich weiß. Ist das nicht dieser andere Feldzug oder... Ich guck dann gleich mal. Vielleicht hab ich das auch übersehen. Das Spiel ist echt knackig. Ich glaub, ich bleib wirklich auf normalen Schwierigkeitsgrad. Das ist ja übel. Ich hatte nur letztes Mal richtig viel Glück, glaub ich. Bei meinem ersten Lauf. Gut, und ich hab für mich halbwegs okay einen Clan gespielt, mit dem ich umgehen konnte. Ich mein, der Clan ist jetzt auch nicht schlimm zu spielen, aber... Ja, 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 ja. Da lass ich mal das Eichhörnchen raus. Brauerei ist schon auf Max. Was soll ich denn jetzt noch machen? Hm. Ich brauch wirklich noch Dorfbewohner. Okay, geh mal bitte weg. Ahoi, ahoi. Oh mein Gott, was? Ne, hä? Was hab ich da verloren? Ich dachte, ich hätte jemanden verloren. War auch gar nicht so schlimm. Oh, das geht jetzt gut. Ich glaub, das schaffen wir es endlich mal. Und das Schöne ist, ich kann diese... Stimmt, ne? Ich kann das auch einfach so abschürfen. Und dann könnte ich den Atata Könige sogar übernehmen. Boah, war das geil. Für mich aber trotzdem bin ich bei der Ziege. Also nicht so leicht, das Ganze. Bitte gehen Sie. Alter, was ist denn mit dem... Was ist denn das? What? Ja, natürlich. Klar, macht noch einen Winter draus. Möchte man irgendwas besser als das Pferd sein. Äh, halt, halt, halt. Äh, halt, halt, halt. Oh, oh. Nahrung. Was hat der Könige, bitte? Okay, die Wälder werden besser im Kampf. Da käme ich rüber. So blöden Ziege. Aber auch alles leichter gesagt als getan, ey. Eine Jagdhütte war hier. Gut, der gibt doch Sinn. Würde ich auch machen, wenn ich eine Jagdhütte wäre. Da existieren. Hi, 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 hi. Und da gibt's auch... Oh, da gibt's auch nochmal Nahrung. Da hat so viel... Oh, da hat auch noch einen Sumpf hier mit Rehen. Das hat so viel tolles Gebiet hier gehabt. Bin schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Okay, Leute, weiter muss ich weg. Ich wünsche euch ein... Alles klar, my TDG, mach's gut. Äh, danke auf jeden Fall für die ganze Unterstützung und für die ganzen gespendeten Mitgliedschaften. Ich glaube, ich kann das so schnell nicht übernehmen. Oh mein Gott, das ist aber... Ich muss schon gestehen, es wäre sehr sexy. Wenn ich hier übernehmen könnte, würde ich nämlich auch das Relikt nehmen können. Eigentlich wollte ich zur Ziegelklan, jetzt lösche ich einfach mal den... Äh, eigentlich wollte ich zum Pferdeklan und lösche einfach den Ziegelklan auf dem Weg aus. Aber hey, haben sie sich selbst zuzuschreiben. Oh, ich hab Steine bekommen zum Aufwerten, das ist auch nice. Steine zum Aufwerten. Dann mach ich mal das Silo besser. Zack. Bonus. Und hier mach ich auch mal. So, der Dorfbühner musste mal runter, der neue, der jetzt kommt, um mal zu reparieren. Die Gebäude sind es eigentlich wert, so... Okay, der Schafsteil bringt mir nichts, der kann weg, aber das andere kann repariert werden. Und die Invasion geht weiter. Und jetzt invadieren wir weiter. Okay, läuft. Läuft. Interessant, dass die es noch nicht geschafft haben mit dem Ruhm. Aber Weisheit sind die sehr nah dran. Oh, ich hab einen Wildgeist beschworen. Wittergeist. So funktioniert das. Das ist ja widerwärtig. Bleib an. Witter, Witter, Witter. Nein. Nein, 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 nein zu kommen, ne? Mach mal ein Haus. Boah, das Besiedeln kostet so viel. Was sagt denn meine Rivalität? Plus 5. Gegen das Pferd kann ich gar keine Rivalitäten machen. Ich mach mal eine Rivalität mit dem Bärenclan. Um mehr Wissen zu bekommen. Ohohoi. Der Platz ist eigentlich da. Ich kann noch einen Altar der Könige bauen. Den einen hab ich übernommen, dann darf ich noch einen bauen. Das ist ja geil. Scharfsteig an mich mal. Event mit den Zwergen sollte ich geschafft haben soweit. Ich hab auch wirklich, ich hab auch Ultrapech nach dem Rang gehabt. Ich hab fast keinen Stein. Der größte Rivalin, ich hab jetzt nicht erreichbar für mich. Da funktioniert grad sehr vieles nicht. Am liebsten würde ich den jetzt einfach aus dem Spiel nehmen. Schaff ich das, wenn ich jetzt einfach hier das Ding einnehme? Also hier das das ich schaffe? Uh, 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 uh. Leichter gesagt als getan. Das ist so viel Zeug. Stück für Stück mach ich aber Einheiten kaputt. Nadelstichangriffe und so. Das ist so viel Zeug. Wie geil. Wie geil, dass sich jetzt der Bärclan einmischt. Das darf jetzt echt nicht wahr sein, ey. Ohne Scheiß. Ah. Wunder von meinem Grundstück. Ich weiß, ich hab leicht Regen, nachdem ich immer rumgeprügelt hab mit Gegnern, aber das bin ja auch ich. Ich darf sowas. Und das sind so viel Zeugen. Der Fertiklan ist für mich nur... Au, ich habe den Fertiklan noch nicht aufgedeckt, aber das könnte alles erklären. Okay, alles klar, danke für dich. Irgendwann, wenn ich nicht so oft hingucken kann. Ich bin gerade echt ein bisschen beschäftigt. Ja, 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 genau. Dass mich jetzt der Bär klar nerven muss, das ist echt Ironie des Schicksals. Er hat sich genau bis jetzt Zeit gelassen dafür. Gelacht haben wir alle. Ein Brüller war das. Ah, die Preise sind jetzt wirklich viel besser. Dann könnte ich mal vielleicht ein paar Häuser abgeräten. Wird auch gleich ein bisschen die Zufriedenheit. Da brauche ich auch gar keine Skaldenhäuser. Da habe ich mich auch überlegt, ob ich welche mache. Oh nein, da geht es schon wieder los. Ah, da geht es schon wieder los. Was ist denn das jetzt schon? Krakenangriff. Ne, halt. Wer ist noch Bauarbeiter? Du brauchst mir mal einen Turm auf hier. Heiler bitte verbessern. Meister, der lernt von mir das auch. Alter, da ist das Pferd so kurz vorm Sieg, ey. Das ist unglaublich. Jetzt hat er auch einen Turm aufgebaut. Die Sau. Obwohl, ich muss den jetzt ausschalten, so wird er immer in den Rücken fallen. Ich kann das Pferd nicht, äh, den, ich kann den nicht bekämpfen ohne... Das ist so viel einfach. Ich habe so viele Schafe. Müssen wir mal verteilen ein bisschen in den Gebieten. So, heiler müssen wir noch besser machen. Hoi. 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 So warte, jetzt bin ich mal gespannt was den Krakenangriff angeht. Du musst doch gleich nochmal diesen Köder ausprobieren. Steinslangschiff. Okay, zum Glück nur das von Steine. Wo weit verteilt ihr euch denn eigentlich hin? Vor allem wo weit statt wo weit? Das hat sie mal gar nicht gebracht. Aber die haben keinen Heiler, ne? Das heißt, ich kann mich immer wieder heilen und der macht immer weiter Verluste. Das ist schon mal gut. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal gerne irgendwo hingehen und ein paar Tiere anlocken. Mach mal einen mythischen Köder hierher. Oh, da kommen sie schon. Das ist noch ein bisschen schneller als mir lieb ist. Ach komm, nicht ernsthaft jetzt. Ja komm, ihr müsst hoch. Der Kack-Bär-Clan muss sich jetzt ja wirklich so sehr einmischen die ganze Zeit. Komm, macht weg hier. Es reicht. Was denn jetzt schon wieder? Angriff der Bestien. Das ist etwas, das mir prinzipiell gefallen könnte, aber trotzdem. Ein bisschen sickt das Ganze. Jetzt ist er echt in Kommen. Da war der andere vierten Laser. Und Niederlage. Jetzt hat er es geschafft. Ich habe ja auch nichts machen können. Ich kam da nicht durch. Egal. Egal, egal, egal. Jetzt ganz zum Schluss hat es sich wahrscheinlich noch ein Gebiet geholt. Naja, das da unten hat es sich geholt noch. Der hat da wirklich sein eigenes Paradies gehabt. Ich kam da nicht hin. Das ist so eklig. Ich hätte bloß, das Einzige, was ich hätte machen sollen, statt aggressiv zu sein, hätte ich irgendwie passiv vor mich hin forschen müssen und wir dann Forschungssieg holen sollen oder so. Äh, schade. Na gut. Okay. Eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. Und da würde ich sagen, genauso wieder ein neues Spiel. Eichhörnchen oder Ratte. Ganz ehrlich, ich hatte jetzt schon so viel Stress. Die Ratte heben wir uns vielleicht für ein andermal auf. Dann mache ich das Eichhörnchen mal. Ich möchte mal wissen, was es mit diesen Mahlzeiten auf sich hat. Das hört sich interessant an. Machen wir mal braun für das Eichhörnchen. Und normal passt eigentlich. Na okay. Eine Runde geht noch. Eine Runde mit dem Eichhörnchen. Kochsimulator. Genau. Der Cooking Simulator. Ähm. Da ist auch gleich, steht gleich da. Kochen. Holzfälle. Und ein Haus. Kochen. Wildbrät mit Ratatouille. Fischsuppe. Panierte Fischfilets. Äh. Fleischeintopf. Meeresfrüchte. Buffet. Und Waldgrillpilze. Wow. Hm. Cool. Dann versuchen wir mal Kochweltmeister zu werden. Oh, das, dieses, diese Herbststimmung da passt auch noch perfekt zum Eichhörnchen. Ich finde es jetzt ganz ehrlich, ist es auch irgendwie, was nur noch gerade Charme ist. Äh, eine Art Veterin um den Sieg. Ich finde es, wenn ich Spiele wagen, Siegbedingungen zu gewährleisten. Ja, das stimmt natürlich. Äh, hier. Ah, hier habe ich sogar Fleisch, Fisch, Gemüse. Ah, ich sammle sogar verschiedene Sachen. Automatisch anscheinend. Ah. Interessant. Und hier haben wir den Herd, Mahlzeiten zu bereiten. Dorfbewohner zu Köchen. Zufriedenheit erhöhen. Ebenfalls angewiesen werden. Zuladen. Okay, okay, okay. Ich hätte jetzt dann gleich noch eine Kaserne, bitte. Ruinen. Ruinensteine. Und hier gibt es auch Fisch. Dann hole ich mir doch den Pfipsch, würde ich sagen. So, Haus ist noch da. Zufriedenheit ist da. Und hier haben wir ertragreiches Land. Ah, hier, man sieht sogar, was für Zutaten man hier bekommt. Fisch, Pilze, Pilze. Und hier gibt es Fisch und Gemüse. Sogar zwei Gemüse. Ich bräuchte eigentlich eher Fleisch. Davon habe ich am wenigsten Einkommen gerade. Das könnte ich mir sogar holen. Da sind noch nicht mal irgendwelche Gegner drauf. Sehr gut. Gut, dann holen wir uns mal Fisch. Boah. Ne, Fisch. So, kurz vor Winter hier. Das ist diese Periode, wo ich mehr sammle. Ich sehe schon. Dein Wortschief kostet kein Eisen. Also hier auch. Naja, doch, der kostet jetzt. Das war hier beim anderen, war das. Bei dem, den ich eben hatte. Beim Luchs. Klar, da war das. Mit einer Lore kannst du... Achso, mit... Was meinst du mit einer Lore? Mit was für'm Kochen, oder? Erhöhlt Nahrung und Grüns. Erhöhlt Wissen. Beschleunigt Schmieden. Jetzt sieht man Verbrauch von Nahrung. Verteidigungskraft. Angriffskraft. Da steht da Frühstücksfleisch, Frühstücksfleisch, Frühstücksfleisch. Geht doch nichts über leckeres Frühstücksfleisch. Das ist eine Waldgrippe, okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Oh, der Mittag... Ne, das ist die militärische Erfahrung. Ökonomie. Küchenalbtraum. Ah, da! Ah, ah! Nice! Ja, dann hätte ich gerne schnell Wissen. Bringt mal ran. Ran an den Stein, Speck. Frisch. Was ist denn da? Ein Wolfsbau. Okay. Ein Wolfsbau hätte ich mit meinem anderen Clan gebaut. Da gab es keinen einzigen, dass ich den mal hätte farmen können oder so. Ich hatte wirklich maximal Pech, was alle Faktoren angeht, die ich im Spiel gehabt habe. Ich habe wenigstens zwei Dorfbewohner, die sich hier verteidigen, das sollte ich hinbekommen, ohne komplett zu sterben. Aber... Ich bräuchte trotzdem meine Heilerhütte dann. Äh, wo waren die Heilerhütte nochmal? Da. Warum ist es nicht mehr beim Brunstein? Ja. Gute Nacht, Großes. Großes Joa. Festmahl von Valhalla könnte ich noch machen. Ist das meine Siegbedingung, das Festmahl von Valhalla, oder? Ran zum Heilen. Heile und Herrscher hieß es doch, oder? So, jetzt kriegen wir gleich unseren Boost vor dem Winter. Klar und so mit mehr Ressourcen. Wunderbar. Dann macht mal. Küchenhalb Traum. Kampfkoloss. Kampfkoloss. Da ist ein Wald. Den hätte ich auch gerne. Aber erstmal würde ich sagen, holen wir uns noch die Nahrung. Erstmal. Wir hoffen, dass wir gut über den Winter kommen. Oder doch den Wald zuerst. Da würde ich sogar jetzt schon angrenzen. Den könnte ich mir sogar holen. Erstmal gucken, was die Bilanz sagt. Jetzt noch ein Korn. Einen Monat lang. Das ist natürlich auch super dann für, ähm... Da brauche ich erstmal einen Kochtopf für... Der kostet mich dann auch noch Holz, ne? Und das ist nicht zu knapp. Und das ist nicht zu knapp. Dafür produziere ich dann halt im Winter fast gar nichts, ne? Ich wäre vorsichtig, mehr zu bauen. Oh, es reicht aber tatsächlich noch um... Oh, es reicht noch für ein Plus. Na dann hält mich doch nichts auf. Machen wir noch ein Haus her für mehr Bevölkerung. Dann kann ich einen Kochtopf hier bauen. Dann gibt's noch das Feld und später noch mal einen Kornspeicher. Wie sieht's aus, wenn wir mal wieder Medieval Dynasty... Hm... Ein bisschen würde ich noch warten damit. Braucht Wissen. Warum erkunden wir nicht einfach die Ruine, die wir besiedelt haben? Das ist natürlich auch eine Idee. Wo ist mein Speer? Hör mal auf und bis... Durchsuch mal die Ruine. Du könntest echt was geben, nochmal. Hm? Kocheffekte haben eine bessere Wirkung. Hm. Diese Kooperation ist auch echt cool. Oh, das ist auch cool. Je mehr wir hamstern, desto mehr kriegen wir rein. Äh, ich hätte jetzt gerne mal den Kochtopf. Was denn jetzt? Oh mein Gott, wie viele Wölfe bitte. Hast du mal die Menge an Wölfen gesehen? Das hat ja das... Das ist unten abgebrochen. Oh Mann. Ran, an den Herd. Ran, an den Herd. Bild, Brett, mit Ratter, Tui. Ole. Wurde das jetzt zubereitet? Ah, das wird gerade noch zubereitet, ne? Und dann bekomme ich jetzt einen Monat lang... ...ne Menge Zeug, ne? Und jetzt habe ich noch dann diesen Hamster-Bonus. Das ist auch nochmal gut. Ohne Scheiß mal ein, was das hier ist. Ich hätte jetzt wirklich mehr Hamster-Clan als Eichwörnchen-Clan. Aber gut, Eichwörnchen passt eigentlich auch. So, machen wir mal die Wolfshölle weg. Die wird mich auf lange Zeit nerven. Ist nicht, dass ich sie ausnutzen könnte. Hm. Ich mach doch mal wieder defensiv. Weil hier mit dem Clan würde ich auch defensiv mich verhalten. Und schauen, dass ich meine Nahrung kriege. Hier, die Aufstockung. Ja, das bringt dann gleich nochmal ein bisschen mehr. Dann können wir uns einen richtig schönen großen Batzen ansparen. Kriegen quasi Zinsen. Ich kann ihn auch zuweisen. Eine Menge Wölfe. Eine Menge Wölfe. Ich seh nix. Es regnet so sehr. Können Sie bitte lauter sprechen? Ich hab noch ein Handtuch an. Boah, ich kriege doch gleich fünf Steinen. Das ist nice. Machen wir mal weg. Dann ist die Bedrohung schon mal hinführt. Dann mach ich gleich nochmal ein Haus hierher. Und mein Turm. Du hast doch nur Angst vor Unikost. Es ist halt wirklich vor lauter, vor lauter Quatschen von dem. Da ist wirklich meine Kehle trocken geworden immer wieder. Ich hab die Schmerzen gespürt. So, hier hol ich jetzt auch mal. Ja, ich hab einen Kontakt mit Jutun hergestellt. Okay. Was ist denn jetzt das Problem wieder? Speer wurde verletzt. Alles klar. Speer, komm mal zurück. Obwohl, das eine kannst du noch spielen. Danach will ich aber weiter. Oh, ich bin direkt wirklich angrenzend an Jutuns. Das heißt, ich müsste die auch mal bald beschwichtigen. Im Idealfall. Sieht mir doch im Wald aus, oder? Ja, nicht ganz. Ahoi. Super, ich würde wissen. Neue Einwohner treffen schneller ein. Fischsuppe klingt gut. Mach mal Fischsuppe. Ah, hier ist voll der Cooking Simulator hier. Ah, ich kann hier bauen. Sehr schön. Fischsuppe! Rolle! Zeitenkostenkocheffekte haben eine bessere Wirkung im Koalz. Zeitenkosten weniger. Das ist schon geil. Okay. Okay. So, dann hätte ich nämlich gerne noch den Wald da hinten. Als bald, als möglich. Gebäude entstand da. Oh Mist, ich brauche jetzt mal langsam einkommen. Weiter expandieren, bitte. Hilf in der Hand. Ihr haltet Zutaten jeder Art per Schiff und erhöht eure Zutatenlager. 200. Ihr könnt mal Zeiten für eure Verbündeten zubereiten. Effektiv für Verbündeten. 15% effektiv. Erhaltet Geschenkrouten. Erhaltet Geschenkrouten im Handelsposten frei. Interessant. Eichhörnchen ist ja wirklich voll der Support-Clan, ey. Waldgrillplatte, Angriffskraft. Inwiefern können wir das erhöhen? Indem wir noch mehr Kochplätze haben, oder? Hallo, Wolf. Nicht den Koch bei der Arbeit stören. Hallo, Wolf. Nicht den Koch bei der Arbeit stören. Guten Abend, Sascha Fischer. Gerichte können auch verstärkt werden, sodass sie mehr Boni bringen. Über zwei Monate statt einen Monat. Einfach auf das Plus in der Gerichte. Achso, so funktioniert das. Ich muss aufs Plus klicken. Hä? Jetzt ergibt plötzlich alles. Immer noch keinen Sinn. Dann würde ich nämlich mal... Ah, Power und Duration. Jawohl. Ah, und das andere, äh, für noch mehr Power brauche ich dann quasi wahrscheinlich die Forschung. Aber weiß ich noch, ob die Forschung die Stärke dann erhöht. Und booste ich auf die Weise nämlich meine Forschung so weit hoch, das glaubt ihr gar nicht. So, jetzt haben wir auch noch kurzzeitig einen Bonus. Den müssen wir auf jeden Fall ausnutzen hier im Wald. Jetzt habe ich auch gerade kurzzeitig Max. Bessere Wirkung und Mahlzeitenkosten weniger. Das ist gut. Das heißt, jetzt machen wir mal Manus Zeitibus. Ja, jetzt haben wir den Bonus. Mehr Power und mehr Duration. Kochen. Kochen. Ich muss sagen, das macht mir Spaß, die Mechanik. Ja, Wissen. Wir sind wieder auf Wissen aus. Wohl, was bringt mir meine Zutaten per Schiff? Äh, Thron, Robert. Thron mit eurer Bevölkerung, die eure Aufhängigkeit gegen es übersteigt. Einkunft, ne, doch wunderwürdig. Ja gut, das ist eigentlich eh gut genug. Dann mache ich mal weiter Wissen wieder. Das alles zu boosten und auch diese, diese verbindeten Effekte zu verbessern. Hallo, Winter. Was denn jetzt schon wieder? Natürlich wieder Wölfe. Es ist ja alles voller Wölfe hier. Oh, ganz knapp überlebt. Legt euch mit mir mal an. Okay. Okay, Minas Beliebtheit. Was mache ich da am besten? Ich mache immer noch eine Küche hin. Und ein Wachturm. Jetzt sind hier Drauge. Euer Ernst. Fische geht es auch schon mal besser. Ja, der Clan ist nicht zufrieden. Ich weiß. Ich arbeite ja schon dran. Oh, holz. Habe ich jetzt eigentlich... Ah ja, und es bringt auch zufriedenheit. Alles klar. Langungskapazität klingt auch gut. Und noch ein Koch mehr. Alles klar. Okay. Großes Einkommen. Winter wird ein bisschen besser. Und wenn sein Eber-Nachbar schon bemerkt hat. Mal sehen, wie er auf das Relikt vom Eber-Clan reagiert. Oh. Natürlich interessant werden. Oh, ich könnte ja natürlich noch Nahrung machen, ne? Das Getreide fällt. Aber dafür bräuchte ich erstmal noch Holzer. Trotzdem, da habe ich so viele Gebäude an. Ne, okay. Erhöht aber auch im Winter noch. Das wird jetzt auch besser. Aber trotzdem, ich könnte viel mehr Kröns haben. Hier könnte ich eigentlich noch Handelsposten aufbauen. Ich habe trotzdem noch Minus-Nahrung. Was zur Hölle? Gut, okay. Ich habe auch nicht viele Nahrungsquellen, ne? Der Trauge hört von meinem Geschmack ein bisschen viel aus. Gut, er hat auch ein Schild, ne? Kocht mir mal das Wildbrit mit Ratatouille. Wir brauchen gerade alles. Vielen Dank für das Abo. Ach, hast du es jetzt erst gesehen, Fischi? Äh, war es wahrscheinlich einer von denen, die geschenkte Abo bekommen haben, ne? Ich kann mich erinnern. Oh, und Simon Hildebrandt. Dankeschön für die Mitgliedschaft. Willkommen als Herzog auf dem Kanal. Du bist ja 31. Der neue Herzog hier jetzt. Dir neu dazugekommen heute. Äh, Wahnsinn. Wo wäre, genau. Nahrung mögen die hier tun, ne? Mal, mal, mal. Äh, was auch immer jetzt gerade passiert ist, ich habe es leider zu schnell weggeklickt. Ich habe nichts gesehen. Nichts habe ich gesehen. Gar nichts. Ich glaube, die Köche verbrochen aktiv auch Nahrung. Ruhe. Okay, wir haben wieder Plus an Nahrung. Aber auch nur, weil ich Wildbreed mit Ratatouille noch aktiv drin habe. Meine Güte. Ah, ihr seid fertig, ja? Werden wir einfach mal ganz normale Nahrungsdudes. Braun ist schon eine gemeine Farbe. Vor allem mit diesen, mit diesen, mit dieser Herbststimmung. Ich sehe meine eigenen Truppen kaum. Ein Braunbär. Äh, 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 äh. Hauen wir noch mal Wildbreed mit Ratatouille raus. Komm. Die Küche, das Kochen muss weitergehen. Ja. Ja. Und. Wut. Jawoll. So wollen wir es sehen. Ich bräuchte aber dennoch wieder mal ein bisschen Stein, bitte. Da unten hätten wir was. Obwohl auch das Schiffsfrag ist. Hm. Oh, Fischi. Dankeschön für die 10 Euro. Guten Abend. Und Stollen plus 4. Jawoll, Fischi. Und Hallöchen Abfahrt. 92. Ich finde es irgendwie so lustig. Seid wirklich ein Cooking Simulator hier. Zu den Waffen. Also, ich meine, dann werden wir Milizen angeschäft. Nein. Das ist das. Ich habe bis jetzt auch noch gar keine Soldaten ausgebildet, ne? Könnte ich eigentlich auch mal ein paar machen. Um auf nur was sicher zu gehen. Machen wir mal das Münzwesen. Ich schenke mir mal eben noch was zu trinken ein. Ich hoffe, in der Zwischenzeit geht die Welt nicht unter. Wie soll ich da rein schenken? Ich muss nicht drauf gucken, bis da einfach alles brennt. Ja, genau so. Genau so was. Einfach Erdbeben oder so und alles kaputt. Genauso lobe ich es mir doch. Ihr Penner. So. So, dann holen wir uns mal schnell das Gebiet da unten mit den Wölfen, auch um ein bisschen Stein wiederzubekommen. Und dann hätte ich auch gerne mal noch einen weiteren Speer und den Schisperrhütte verbessert. Mache da ruhig wieder Stein. Auch ein bisschen doof. Oh, ich habe wieder Schafe bekommen. Können wir das schafen? Besiedeln! Oh, es wird jetzt aber echt knapp, sehe ich gerade. Brauche ich noch mal ein Wildbrät mit Ratatouille, bitte. Buffen! Genau. Ich habe nur einen Speer, aktuell. Willst du mal einen extra Speer? Jetzt haben wir auch nochmal den Bonus. Grauens und Gold. Das ist gut. Ich sehe idealer Ort zum Angeln, das ist aber nicht mein, ne? Noch nicht. So, Beziehungen wird sich wahrscheinlich eh ziemlich... Oh, hier gibt es Kobolde. Handelspartner. Ihr haltet 50 Ruhm, schaltet mit plus 5 Gröns an der Hölzruhe zu ihrem Königreich. Feier, dieser Wert wird zwischen den Glanz aufgeteilt, damit sie sich angefreundet haben. Ihr könnt zusätzliche Gebiete der Kobolde im Austausch für Gröns besiedeln. Ah, okay, interessant. Ne, Kobolden kann ich nicht mal den Krieg erklären, wenn ich es wahrscheinlich noch nicht entdeckt habe und so. Interessant. Sachen gibt's. Was sagen die Siegbedingungen eigentlich? Ah, es kleidet letztens dieser Pferde-Clan, das Alarm-Clan, da ging so übel ab. Äh, was ist mit Fistos, da kommt gar nichts mehr. Also, von meiner Sicht aus ist eigentlich alles noch normal mit ihm. Wir machen weiterhin hier, ähm, Aufstieg der Lehre und unsere, äh, Besprechungen und alles Mögliche. Was mit seinem Kanal ist, weiß ich gar nicht, da hab ich nicht nachgefragt bei ihm. Ich könnte mich mal erkundigen, so am Rande, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich sowieso bald bei ihm wahrscheinlich weitergehen, weil er sich mit mir schon über Projektideen unterhalten hat, über Mögliche. Der Fisch-Eintopf muss es richten für uns. Das wird nämlich jetzt echt eng. Der Holzfäller müssen mal... Oh, shit. Oh, shit. Wir brauchen sehr schnell den Marktplatz. Extrem schnell. Oh, das hat gereicht, dass ich auf Plus komme. Oh, mein Gott, war das knapp. Ansonsten hätte ich sich schnell Nahrung kaufen müssen. Die Spielgeschwindigkeit extrem noch erhöht. Kann man mal machen. Ich hab so viel Kröns, ich kann so viel kaufen. Und da verbraucht ihr 15% mehr Ressourcen als alle anderen Klans. Jetzt mit meinem Bonus wird's ein bisschen. Da hat mich grad gerettet. Kochen. Oh, hoi. Boi. Okay. Ja. Werden wir mal die Fischhörter auf. Oh, da hat auch ein Fischer gefehlt. Hätte die ganze Zeit mehr machen können. Jetzt bin ich ein bisschen perplex. Hm? Ah, Wölfe. Frieden wir mal das Gebiet hier. Anders als wir haben gerade Winter, ne? Ist nicht grad die allerbeste Zeit dafür. Das hält mich genau über den Winter gerade. Perfekt. Okay. Ich könnte auch mal zu den Kobolden andersrum aufbauen. Aber die Kobolde wollen lieber Holz haben. Holz, das gefällt mir sogar noch besser. Okay. Mit denen mach ich jetzt eh schon langsam Fortschritte. Und ich mach dann eh bald noch den Bonus, dass ich... Ja, ist ja gut. Auf euch aufzuregen. Die Leute sind unzufrieden, ja? Ja. Ja. Ah, Nahrung kosten. Machen wir mal das hier. Wieder Wissen. Und schneller Eintreffen der Dorfbewohner. Zimmerei. Ich hab hier nur einen Meister, der lernt gerade. Aber gut, der Stein hätte natürlich auch was bringen können. Fischsuppe. Fällt ja echt schwer, eine Übersicht zu haben, weil alles so braun ist. Meine Leute haben die braune Farbe und dann noch der Regen. Das macht's gerade richtig schwer, Sachen zu sehen. Wenn's für mich schon schwer ist, ist es für euch wahrscheinlich noch schlimmer. Mit YouTube und der Qualität und so. Proxyclan. Okay. Hier gab's halt nochmal Nahrung. Hier gibt's nochmal Stein. Das ist auch ganz nett. Ach, Stein müsste ich doch bald haben. Ansonsten, ich hab so viel Gold. Ich kann mir das auch kaufen. Oh. Nahrung weg. Also, zum Kaufen. Aber das reicht, um hier mal aufzuwerten. Und wieder Nahrung etwas zu boosten. Trotzdem hab ich verdammt. Das ist ja Wahnsinn. Boy. Was machen die Geschenkhandelsrouten? Stimmt, die könnte ich mir auch mal angucken. Wahrscheinlich einfach mehr. Komm, die ganzen Zivilisten, wenn ihr schon unbedingt irgendwo einfach sammeln wollt, dann macht das mal dort, wo ein Kornspeicher ist. Äh. Da war's. Gute Frage. Ich seh die ja noch nicht mal. Hm. Vielleicht geht's erst mit einer aufgewerteten Version. Was ist denn jetzt los? Was war denn das? Wir hatten eben jetzt Mutter hier reingelassen. Ich zieh die bitte aus dem Kornspeicher raus, Leute. Gemeinsam schaffen wir das. Ich brauche Nahrung. Es tut mir leid. Dann muss ich mich mit den Bären anlegen. Ich steh die Kornspeicher raus, aber es verbessert schneller die Beziehung. mit den neutralen Fraktionen. Ah ja. Ich muss wieder kochen. Ratten. Ernsthaft. Dann machen wir gleich mal ein Ratatouille. Das gleich mal zum Willkommen heißen. Boy. Da hätte ich ja gern den Fisch. Okay. Wildbret. Wildbret. Aber im Ernst? Die Türme unterscheiden sich echt nicht. Die sehen nur anders aus. Dass man sieht, dass derjenige mir die Verteidigungsstrategie genommen hat. Verteidigungsdoktrin. Da könnte ich mir noch. Zeug holen. Sogenanntes Zeug. Anführungszeichen. Ne, 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 ne. Geh mal weg. Lass das mal abfackeln, bitte. Es gibt Sachen, die sollte man nicht in seinem natürlichen Lauf stören. Feuer gehört dazu. Aber nur, wenn es nicht meine Sachen sind, die brennen. Ja, jetzt mischt er sich ein. Ja, toll. Herzlichen Dank. Wir reden später nochmal miteinander. Oh. Hier geht woanders hin. Was zur Hölle? Riesen-Elbe. Wenn ihr ihn opfert, dann haltet ihr 200 Nahrung und verdächtet euer Holzgebiet. Absatz der Kämpfe. Könnt ihr nachzuhören. Okay. Wenn ich ihn platt mache, kriege ich da irgendwas? Oh, der ist gar nicht so stark, wie er aussieht. Okay, da hat er einen Regenerationseffekt drauf. Das ist uncool. Ratzen. Ach, ernsthaft jetzt. Jetzt lasst mich mal in Ruhe. Feuer, ja, ja, schön, schön, schön. Ich will grad... Ihr habt mich beim Kochen gestört. Dafür werdet ihr büßen. Drei Zufriedenheit. Da haben wir ein bisschen zumindest wieder ausgeglichen, aber das ist ja Wahnsinn. Wir sind krank, ja. Das seid ihr echt, ey. So, jetzt wird wieder gehortet. Eber Clan hat einen Eber gerufen. Dieser verteidigt nur in die eigenen Gebiete. Eber heilt sich langsam. Und wenn zu dem Game auch Videos, die das Spiel erklären, Let's Play oder sowas. Ja. Gibt's Fischi. Such einfach mal danach. Schau mal auf meinem Kanal nach Northgard. Ich habe dort damals in der Beta viel gespielt, so die, ähm, die ganz normale Gefechte und mich eingelernt. Aber ich habe auch die Kampagne, den Feldzug, den Hauptfeldzug gespielt. Da hat man auch quasi langsam alles erklärt bekommen. Ich bin da jetzt auch überraschend schnell wieder reingekommen, dafür, dass ich eine 5 Jahre Pause hatte. Stimmt, Alter. Der Könige könnte mir auch mal helfen. Unminare Bevölkerung. Oh, ich habe einen Jutsun Head bekommen. Goll. Den kann ich gerade gebrauchen. Ohne Scheiß. Ja, Häuser. Ich weiß. Ah, alle wieder regeneriert. Das ist gut, schnell. So, jetzt. Jetzt kommt nochmal her und legt euch nochmal mit mir an. Komm. Traut euch. Boots, Junge. Jutsun Head ins Gesicht, die E. Endlich gehört der Fisch mir. Ah, das wird ein Fisch. Ah, jetzt. Die Winterverbesserung zu machen. Nö. Ich glaube, ich mache. Ich mache nochmal die Fischsuppe. Lass mal noch schneller forschen. Denn wir haben noch ein bisschen was zu holen. Unter anderem so ein paar. Woher die wichtigsten Sachen haben wir eigentlich. Und weg. Dankeschön, nehme ich mir. Oh, das war jetzt ein bisschen knapp. Aber ich glaube, das sollte sich noch ausgehen mit der Nahrung. Und da geht die Party weiter. Puh. Perfekt. Sehr gutes Timing. Hätte ich gern noch ein Haus. Dann hätte ich gerne noch... So, das ist... Das ist dieses Fest mal. Acht Köche bräuchte ich dafür. Das ist auch heftig. Ja, ja, ohoi. So. So. Bitte hier nochmal. Wutz. So. Das wird schön anders. Die Festmähle werden halt immer teurer. Hier kann ich das richtig oft raushauen. Immer. Hm. Hm. Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann kommt mal ran So, jetzt ist wichtig Genau, das Bergwerk können wir mal besetzen hier So, mit beiden Okay, die kamen nicht weit Dann verteidige Strategie, das hilft schon mal wirklich Meine Beziehungen, weil jetzt bin ich Handelspartner, finde ich super Okay, läuft Gleich wird der nächstes Nomm-Nomm, bitte Dann brauchen wir vor allem auch mehr Köche, machen wir mal wirklich nochmal einen Herd Bekommt Krisenherd eine ganz neue Bedeutung Kobold wurde, ich war so kurz da, das kackt Pferd schon wieder Geht der, geht der mir auf die, das ist unglaublich, das ist so lästig, das ist ganz ehrlich, das ist Rache, das ist jetzt persönliche Rache, ich muss das Pferd klatschen Das ist jetzt persönlich geworden Ich hab mir nicht mal was mit den Kobolden angucken können, die sind jetzt einfach weg Letztes Mal haben sie mich auch kaputt gemacht Ich hasse euch, ich hasse euch alle Ich hab sogar noch Stein, das nehm ich mir Edelsteinvorkommen, die Zwergenschürfers Das Event gibt's, obwohl es keine Zwerge gibt Interessant Oh mein Gott Schau mal, jetzt reicht's aber auch mal Nein, ich, ich wollte eigentlich den Krieger wegbewegen, ja geil Verkackt, wird nochmal verkackt Ich glaube, es verkackt ist ja gleich nochmal viel besser So, komm mal mit rüber Bei den Zwergen, mit den Zwergen müsste ich jetzt eigentlich Weiten Handel aufbauen können Was sagen die Siegbedingungen? Mir ist Pferd schon wieder dabei, einen Rumsieg zu holen Guckt's euch an, aber diesmal komm ich ran Oh, Winter Hm Mach den Winter mal erträglicher bitte Darf ich jetzt bitte Handelsrouter aufbauen Das macht keinen Unterschied für das Event, ne? Die Geschenkroute Direkt mal das Rachensalami-Brötchen futtern, jawohl Rein provokativ Oh hier, Eichhörnchen geht hoch Zack Verhandlungen bitte Der Marktplatz soll ein bisschen effektiver werden für mich Dann kann ich sie jetzt nämlich auch besiedeln Jetzt hab ich, oh, jetzt hab ich schon wieder Komm, gib mir mal ein Augenblick, wo ich gerade klick Ich bin ja ledigend, aber ich r the best zu sagen detach mal Ich bin natürlich wichtig, aber ich kann sie jetzt wissen, wenn ich es jetzt acontece So, Alter der Könige holen wir uns auch noch. Pro 200 Ruhm. Wie viel habe ich? Ich habe aktuell 800. Das heißt, 4 Nahrung, 4 Holz und 4 Gründe und 4 Wissen. Das ist eigentlich echt nice. So, Junge. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Was ist denn das bitte für ein Barock? Ausgebrockt. Bin ich jetzt eigentlich noch beim Pferdeklan? Oh, ich habe ihren Altar der Könige genommen. Oh, das tut mir aber leid. Warum ist ein Holzfäller hier? Habe ich wahrscheinlich auswärts mitgezogen. Muss wahrscheinlich von da oben gewesen sein. Ja. Könnte mal aufwerten. Muss ich aber gerade gar nicht. Manche Events denke ich... Was Events von dort rein. Fraktionen finden meist statt. Sollten dies auf der Karte irgendwo sein. Sollte aber die Fraktion schon besiegt worden sein, wird es nicht gestartet. Mhm. Erinnern mich daran, dass ich nochmal Speer aufwerten wollte. Dann können die mir vielleicht auch mal feindliche Fraktionen aufdecken. Zwergen, wieder Altenglanzwäldern. Sie haben euch gerade dies geschickt. 15 Steinen und 10 Eisen. Nice. Manchmal kann man sich eben doch alles kaufen. Habe ich dann wirklich noch einen zweiten Altar der Könige? Okay. Das wäre nice. Und nochmal mehr Ressourcen. Dankeschön. Wollte der Friedhofmeister lernen, um diese Grabstätten zu sprechen. Unerwartete Verbündete. Ah, verstehe. So. Ich habe, glaube ich, den Pferdeklan ein bisschen geschwächt. Jawohl, habe ich. Ich möchte auf jeden Fall durch das Fest mal gewinnen. Das heißt, ich muss da noch ein bisschen dran herumarbeiten. Äh, Bergarbeiter. Ach, du liebe Zeit. Ich habe es sogar live gesehen. Live in 4K. Einfach nur. Meine ganzen gelehrten Schlachter da. Oh Gott, das sind echt viele. Das sind viele. Das sind echt viele. Habe ich schon mal erwähnt, dass das viele sind? Das sind viele. Ein Turmbonus habe ich leider auch verloren. Ich muss mich zurückziehen. Das geht nicht anders. Das war nicht cool. Ich komme dann gleich mit rüber. Wir starten gleich eine Konto-Invasion. Genau, dort, wo auch mein Altar der Könige ist. Ihr miesen kleinen Pisser. Ah, wartet mal. Eure tollen Axtwerfer mache ich euch auch weg. Okay, haben wir zurück. Zurück zum Fest mal. Zurück zu dem wichtigen Ding. Da wollte ich doch noch einen Herd bauen. Warum ist er noch nicht gebaut? Das habe ich auch noch gar nicht besiedelt. Das Holz hier brauchen wir gar nicht. Ich würde mal sagen, da machen wir auch noch mal einen Herd hin. Da müsste ich eigentlich genau meine Acht Köcher haben dann. Wenn ich die noch aufwerte, die Gebäude. Dann will ich nur noch genug Ressourcen gespart haben. Ich brauche nur noch die Acht Köcher. Ansonsten habe ich alles, was ich brauche. Nice. Im Pferd habe ich auch mal ordentlich eine mitgegeben. Das nächste Mal. Ah, das ist das, was ich schon mal gesehen habe. Das ist natürlich cool. Ist die dann dauerhaft da? Ach, ein Wolf. Macht mir halt Angst. Okay, dann würde ich mal sagen, beenden wir mal weiteres Kochduell hier. Da war ein Herd. Winter bricht herein. Wo sind meine Köche? Da oben habe ich ja auch schon zwei. Da habe ich auch schon zwei. Da habe ich auch zwei. Na, dann brauche ich bloß noch hier. Die zwei. Die zwei. Acht Köche. Boah, wie viel Zufriedenheit habe ich denn? Ähm. Okay, schön. Jetzt haben wir eine ganze Menge Köche und ich könnte das Fest mal machen. Ich könnte das Fest von Valhalla machen. Das ist cool. Aber erst mal würde ich gerne schauen, was würde ich gucken? Was würde ich gucken? Gucken. Wisst ihr? Kochen. Irgendwas würde ich noch machen. Ich weiß bloß nicht mehr was. Bevor ich die Runde beende. Gut, ich meine, wir können mal eine Schmiede machen, um zu gucken, was für Relikte wir rein theoretisch machen können. Ähm. Ich finde diese Map gerade extrem unübersichtlich. Ich weiß nie, wo ich irgendwas gebaut habe. Oh, Utwin hat eine Ausrüstung vom Ochsenklan in seinem Gebiet. Wie gut ist der Ochsenklan nicht angrenzt. Hm. Hm. Ah, das wird dann wahrscheinlich auch eine Weile dauern. Der Gegner wird wahrscheinlich versuchen, mich dann abzuhalten vor meinem Fest mal. Das heißt, wir verschanzen uns noch ein bisschen besser. Wiegdrasilwurzel. Wiegdrasilwurzel. Bei feindlichen Einheiten, die sich in einem unheimlichen Gebiet aufhalten, besteht die Chance, dass fünf Sekunden lang gegen ihr eigenes Volk kämpfen. Oh, das ist eigentlich... Das ist cool. Das hätte ich... Genau das hätte ich gebraucht letztes Mal, als ich den... Als ich den anderen Clan nicht erreicht habe. Ja, als ich hier den Pferdeklein nicht erreicht habe, genau da hätte ich das gebraucht eigentlich. Boah, das war echt knapp für meinen Helden. Ah, das hat funktioniert. So. Ich glaub, zufrieden sind wir eh schon genug. So. Ich glaub, jetzt sagen wir, wir kochen mal unser finales Zeug. Kochen beginnen. Das wird's wahrscheinlich eine Weile dauern, ne? Und die Gegner denken sich jetzt alle, oh, shit. Ja, das wird jetzt langsam hochgehen. Wie so ein Weltwundersieg quasi. Interessant. Irgendwas wollte ich wegen den ganzen Köchen doch nochmal gucken. Hast du eigentlich schon mal das Dune-Spiel angezockt von den gleichen Machern wie Northgard? Ich glaub, ich hab das sogar gestreamt damals, wenn es das... Das Dune-Spice war, wenn du das meinst. Das hab ich sogar angespielt damals. Da gibt's einen Stream von. Unterstützung von den Doden. Der Eichhörchen-Klan hat einige lustige Mechaniken, aber halt nichts Militärisches als Boni, ne? Also, da könnte man ziemlich... Also, ein rein militärischer Klang könnte den Eichhörchen-Klan ziemlich gut überrennen. Ich hab schon beinahe einen Ruhmsieg. Ich bräuchte eigentlich nur noch ein... Eigentlich war das genau das richtige, richtige Mittelfinger-Zeig für den Pferd-Klan. Dem Pferd-Klan nochmal ein Gebiet wegzunehmen und einen Ruhmsieg zu erringen. Richtig schön das eigene nochmal ins Gesicht drücken. Ach, stimmt, ja. Die sind Weißbosball von den Entwicklern. Aha. So, wie lange dauert denn das? Das dauert immer noch eine Weile. Obwohl schon acht Köche dran arbeiten. Aber die Gegner scheinen nicht unbedingt in Eile zu sein, mich aufzuhalten. Ich stelle trotzdem mal eine große... Streitmacht. Ich könnte neben meinem Festmacht trotzdem noch kochen. Ah, wir verteidigen es halt. Hm. Der Buff für die Militärinheiten ist zwar ganz... Das ist eigentlich auch sehr wenig, wenn man sich die Militärboni von anderen Fraktionen anguckt. Selbst mit dem Buff hätte ich da keine Chance. Wenn's um gleiche Anzahl geht bei Kämpfen. Ach, da seid ihr. Da ist ja das Pferd. Wäre echt schade, wenn ich das nochmal invadieren würde, so kurz vor Ende. Die Zwerge sind nun eure Freunde. Ich hab jetzt einfach Zwergenagenten erhalten. Einfach so. Ich hab die nicht mal... Einfach nur, ich mein... Dieser passive Bonus ist schon geil. Dass ich mir den einfach so mit den hoch aufwerte. Ach, stimmt. Das wollte ich noch machen. Jetzt weiß ich. Ich wollte die Handelsroute noch anpassen. Weil die Kobolde ja weg sind. Das kam ja früh, nicht wahr? Guck, guck. Wäre echt schade, wenn euch was passieren würde. Ob ich den noch ausgelöscht bekomme, bevor es das Festmahl fertig ist? Das ist ein kleiner persönlicher Wunsch von mir. Ich mach mal noch einen Heiler. Dass das richtig schnell geht. Noch eine Schlacht. Die Zwergenagenten. Irgendwo könnte ich doch, glaube ich, sogar noch abbauen, oder? Ah, zwei Geisterkriege. Okay, dann waren die Geisterkriege vielleicht nicht mehr unbedingt von der Fraktion. Obwohl, letztes Mal war trotzdem ein Kaken dabei. Es kann sein, dass es auch von denen war. Wo sind diese zwei Geisterkriege? Ah, da. Ja, ihr macht gleich noch mit. Tatsache, ich krieg weniger geil. Aber der Gegner, wenn ich jetzt beim Gegner drin bin... Ah, halt, Moment. Ich übernehme mal hier. Ab jetzt übernehme mir. Oh, was? Oh nein, das war ein Vorherrschaftssieg, den ich geschafft hab, ne? Nein, ich wollte doch durchkochen! Ah, schade. Warte, guck mal, wie weit sich das Pferd schon wieder ausgebreitet hat. Ich zeig grad mit mir Fingern drauf, das seht ihr gar nicht. Ähm, ich spiel mal kurz weiter. Ich möchte das Festmahl noch haben. Und ich möchte das Pferd ausschalten. Das möchte ich noch zumindest schaffen. Also ich... Das, das, das muss ich mir... Nicht mehr kochen, das bricht das Festmahl ab. Okay, gut zu wissen. Gut, dass ich sowieso nicht mehr gekocht hab. Oh, hat er so einen Schlichtstern aufgebaut? Das ist doch gar keine Fraktion in der Nähe. Oder waren hier irgendwo die Kobolde mal? Das könnte sein, weil der... Ja, wahrscheinlich das da, oder? Pferdeklan, die erzählt mir was vom Pferde, ey. Erst Pferd klatschen, dann futtern. Das nenne ich Prioritäten. Liste. Kommt mal her. Ende im Gelände. Ich hab, glaub ich, die Fraktion besiegt, sobald ich das Haupthaus eingenommen hab, oder? Oh, super. Jetzt haben die mir das da oben. Na, egal, egal. Meinen Festmahl krieg ich trotzdem. Okay. Ich mach nochmal ne große Kriegerflotte. Ich fühl euch jetzt bestimmt ganz toll, nicht wahr? So. Jawohl. Eichhörnchen ist weg. Ich bin da noch so frei und klatsch noch den Bären hier raus. Wie er sich hier gleich aufbaut? Die Sau. Nix da. Ich kann ja gleich da rüber, ne? Sehr schön. Kommt mal mit ran. Ihr werdet jetzt geschwemmt. Sag ich euch. Vielleicht mach ich den einen anderen Verlust, aber das soll es mir wert sein. Das brauch ich, ganz ehrlich. Ich übernehme da gar nicht. Das kann alles niederbrennen. Das Pferd darf ruhig abbrennen. Die Halle hätte ich aber gern wieder zurück. Danke. Danke. Festmärk von Wala und fünf Ruhm verdient. Fünf Ruhm. Ich meine, klar, jetzt habe ich das Spiel geschafft, aber trotzdem, wenn ich das Spiel weitermache... Fünf Ruhm? Ja, toll. Ich muss das echt wieder besiedeln. Na, egal. Okay. Festmahl ist fertig. Das ist alles, was ich... Okay, wartet. Zu unfertig kann ich die Gelegenheiten nicht lassen. Gib her. Ich möchte meine Heile der Könige wenigstens zurückhaben. Danach kann ich es einen Sieg nennen. Okay. Zufrieden. Aber jetzt bin ich glücklich. Wovor der Winter einbricht. Perfekt. Dann haben wir es geschafft. Wunderbar. Dann habe ich eigentlich alles gesehen, bis auf die Ratte, die ich mir noch angucken wollte. Ähm... Das können wir irgendwann anders machen. Wenn es euch sehr gefallen hat, gibt es vielleicht mal noch einen weiteren Northgard Stream. Und, ähm... Ob ich irgendwann mal... Stimmt, das wollte ich gucken. Ja, Eroberung. Das war's, ne? Geschichtenmodus. Da gibt es jetzt noch das Neue. Da gibt es noch Eroberung. Eroberung ist... Tatsächlich mit einem Clan. Ihr führt den Clan in eine Reihe von... Einen nach Zufallsprinzip ausgewählten Kämpfen und Herausforderungen zur wahrer Größe. Entdeckt dabei neue Einschränkungen und schaltet neue Boni frei. Mhm. Interessant. Das heißt, wir könnten wirklich so eine Art... So eine Art Rog-Like machen, ne? Das hört sich auch interessant an. Da könnte ich... Könnte man mal sagen, machen wir so eine ganze Reihe und ich mache das auf lange Sicht mit allen Clans mal durch. Dass wir wirklich von Anfang bis Ende alle Clans mal machen in dem... In der Eroberung. Aber... Die Frage ist dann, welcher... Also höchstens würde ich sagen, auf schwer. Für Eroberung mit allen Clans. Höchstens auf schwer. Ich glaube, extrem wäre... Naja, wie es das Wort sagt. Extrem und so. Das wäre auch mal eine Idee, dass wir das so machen. Aber gut. Das wäre mal eine Let's-Play-Idee. Falls ihr noch einen weiteren Stream sehen wollt, dann können wir trotzdem noch ein bisschen was das Grimische spielen, um die Clans kennenzulernen. Und Expedition. Äh, ich kriege... Netzwerkfehler-Invalid. Ich kriege irgendwelche Belohnungen. Aber was mache ich damit? Was mache ich mit den Silberbahnen? Ach, Menschenskind. Ich kann... Ich kann Skins... Für... Gewisse... Meine Güte, das haben die sogar sowas. Ich kann wirklich bessere Skins freischalten. Für alle möglichen Einheiten. Und für alle möglichen Clans. Ach, du liebe Zeit. Das ist dann aber wirklich für Leute, die so richtig, richtig reinnerden wollen ins Spiel. Ich glaube, so weit komme ich da gar nicht. Aber interessant, dass es selbst sowas gibt. Wäre ein Coop-Projekt. Ach, man kann das auch zu zweit machen. Den... Die Eroberung. Tatsache, mit einem Freund spielen. Oh. Interessant. Das wäre dann wirklich eine Idee. Das könnte ich mal bei Kurga ansprechen, wenn wir jetzt mit Age of Empires 2 durch sind und dann Reise of Rome ein bisschen gespielt haben. Fürs Nächste, der eine und der Einzige. Könnte man sich das überlegen. Hm. Hört sich tatsächlich interessant an. Werde ich mir mal... Werde ich mir mal vormerken. Werde ich mal... Äh, einbringen, den Vorschlag. Okay. Dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann... Ja. Bei weiteren Streams zu allen möglichen Spielen. Sagt mir gerne, wie euch noch gerade gefallen hat. Ich bin auf jeden Fall sehr positiv beeindruckt, was ich in dem Spiel alles getan habe. Vor allem, wie viele Spielmodi es jetzt gibt und Sachen und Spielereien. Das ist ja Wahnsinn. Hat sich echt mega weiterentwickelt. Sogar eigene Mehrspieler, Ranks und Rangsysteme und sowas. Auf jeden Fall schöne Entwicklung. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch allen. Und wir sehen uns dann bei weiteren Streams, bei weiteren Projekten. Was auch immer noch kommen mag. Schauen wir mal. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. 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 Bye.